Ihm hab ich das zu verdanken, dass ich Profi gewonnen bin und dass ich so lange dann auch in der Bundesliga gespielt hab. Magath hat das halt so gemacht. Er hat geschaut, okay, kann der noch, kotzt er schon? Nee, geht noch. Das war von meinem Puls her das Schlimmste, was es gab. Ehrlich. Was hat denn Frankfurt in den letzten Jahren so viel richtig gemacht, dass ihr heute da steht, wo ihr steht? Macht sein Ultraschallgel hin, hält mir das an den Hoden und hat sofort gesagt, okay, das krebs. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein ganz anderer Gast an meiner Seite, Marco Russ. Freut mich, danke für die Einladung. Du kannst dich ja mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und dann würde ich sagen, erzähl mal. Marco Russ, jetzt 39 Jahre, war, wow, 16 Jahre, 17 Jahre Profi. Die meiste Zeit bei Eintracht Frankfurt mit einem kleinen Zwischenstopp in Wolfsburg und seit jetzt genau viereinhalb Jahren in der Analyse tätig. Auch bei Frankfurt bin ich bei meinem Club geblieben und ja, gehe jetzt einer anderen Tätigkeit nach. Meine Damen und Herren, bevor das Video losgeht, habe ich noch etwas Kleines für euch vorbereitet. Und zwar als kleines Dankeschön verlose ich ein getragenes und natürlich auch unterschriebenes Trikot von Marco Russ. Des Weiteren verlose ich 2x2 Tickets für das Heimspiel der SGE gegen Borussia Dortmund Anfang nächsten Jahres. Alles, was du dafür tun müsstest, ist diesen Kanal kostenlos abonnieren, liked dieses Video, kommentiert, warum Marco ein geiler Typ ist und wenn ihr noch Bock habt, folgt mir natürlich gerne auch auf Instagram. Ich werde euch hier alle markieren. Die Gewinner werden eine Woche nach Release dieses Videos persönlich von mir auf Instagram angeschrieben. An dieser Stelle viel Spaß mit einer geisteskranken Folge mit Marco Russ. Du bist in der Gegend hier groß geworden, also gar nicht so weit von Frankfurt und bist mit 10 ungefähr zu Frankfurt gewechselt. Was ist das für ein Schritt von einem kleineren Verein? Ich würde sagen, wahrscheinlich war es ein kleiner Dorfverein, wo du gespielt hast davor, zu so einem großen Verein zu wechseln. An sich eigentlich kein großer Schritt, weil du dir als 10- oder 11-Jähriger noch nicht so Gedanken drüber machst, in was für eine Welt du da reinkommst. Das war natürlich ein großer Schritt für mich, weil ich in der Nähe von Frankfurt groß gewachsen bin. Dann gab es entweder die Fanlager Frankfurt oder die Fanlager Offenbach und ich bin als Frankfurt-Fan groß geworden, war auch als Kind schon immer im Stadion. Von daher war das, das war toll, zu dem Verein zu wechseln, wo du selbst auf der Tribüne gesessen bist. Gab es damals schon NLZ oder hieß das damals schon so? Nein, noch gar nicht. Also es ist ein paar Jahre vor. Es gab schon den Riederwald und es gab auch schon so ein bisschen Internat für die Jungs, die weiter weg, die vielleicht aus Kassel gewechselt sind. Ich habe es selbst gehasst als junger Spieler, wenn Leute erzählt haben und gesagt haben, damals, früher war das alles anders. Also den Riederwald heute kannst du mit dem Riederwald, wo ich groß geworden bin, kann man auf keinen Fall vergleichen. Was ist denn so, dann kommt jetzt die nächste Frage, was würdest du sagen, was ist so in der Jugendarbeit von heute zu deiner damaligen Zeit so der größte Unterschied, wo du sagst, boah, das ist schon wirklich essenzieller Unterschied? Die Professionalität, muss man schon sagen. Natürlich jetzt in der D-Jugend, in der teilweise C-Jugend, dann steht dann doch der Spaß noch im Vordergrund und so die Entwicklung. Aber umso näher du zum Seniorenbereich gehst, umso mehr wird dann da schon drauf vorbereitet, den Schritt vielleicht auch dann in den Profifußball zu gehen. Das war zu meiner Zeit, fand ich persönlich, noch gar nicht so. Also ich war eigentlich gar nicht vorbereitet auf den Schritt zu den Profis. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass du Profi werden kannst? Boah, ziemlich spät. Also ich war nie der Spieler, der die ganzen U-Nationalmannschaften durchlaufen ist oder so. Das Höchste, was ich war, war in der Hessen-Auswahl. Du hast ja auch nur U20 ein Spiel gemacht. Genau, und das war auch nur nach der Saison, wo dann alle in Urlaub wollten und alle abgesagt haben. Dann haben sie so die ganzen im erweiterten Kader standen dann angerufen. Und dann war das für mich dann auch so, ah geil. Auch wenn es nur ein Spiel ist, auch wenn es nur nach der Saison ist, ey, das will ich mitmachen. Ich habe mit so vielen zusammengespielt, die Kapitäne in der U-Nationalmannschaft waren und die gehypt worden sind. Ich bin eigentlich immer so ein bisschen unter dem Radar geschwommen. Und so wirklich mich mit auseinandergesetzt habe ich erst, als ich so gemerkt habe, okay, jetzt beginnt so ein bisschen die Verbindung zwischen du darfst mal mittrainieren und du bist interessant für den Trainer, mal schauen, wie es weitergeht, mach so weiter und so. Dann fing das erst an. Also vor A-Jugend auf keinen Fall habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt. Was würdest du sagen, was war denn deine größte Qualität in der Jugend, dass der Trainer dann oder auch irgendjemand gesehen hat, okay, ey, der hat vielleicht noch das Zeug zum Profi? Mein größtes Plus war so dieses Spielverständnis, glaube ich. Auch wenn das Spielverständnis natürlich als Sechser oder als Zehner immer noch mal positiver ist, wie ganz hinten, wenn du hier schon das ganze Spiel vor dir hast. Aber das war schon immer meine große Stärke. Einfach die Mentalität auch, das war in der Jugend schon immer so, dass ich unbedingt immer gewinnen wollte und alles auf den Platz gegeben habe. Und ja, und dann kommen die anderen Qualitäten, kommen ja dann im Laufe der Jahre und du entwickelst dich und sowas. Aber das waren schon meine Stärken. Du hast in der Jugend gegen Mario Gomez gespielt, weißt du das? Ja. Hat man sein Talent damals schon gesehen? Hat man gesehen, dass der vielleicht der Stürmer werden könnte, der heute ist? Nicht so. Also das sage ich voll oft, wenn ich so über meine Jugendzeit in der Jugend rede. Stuttgart mit Gentner und Marvin Kompär und wie sie alle heißen, das war alles mein Jahrgang. Und da hat bei Stuttgart Mario Gomez und Tobias Weiß, der dann auch mal ein Jahr in Frankfurt war, gespielt. Und da war Weiß besser. Okay. Also man hat schon gesehen, dass Mario kicken konnte, gar keine Frage. Aber Tobias war immer so derjenige, der dann doch nochmal einen Ticken besser war. Und dass dann Mario so eine Karriere einschlägt, das kann man ja zu dem Zeitpunkt in der C-Jugend, B-Jugend nicht absehen. Aber man hat schon gesehen, was er drauf hat und so. Und die Karriere oder wenn man zurückschaut bei ihm, spricht er dann Bände. Wie groß ist so der Druck bei solchen Vereinen zu spielen in der Jugend? Ich glaube heutzutage mehr, als es zu unserer Zeit war. Wie gesagt, wir hatten früher keinen Kraftraum oder keine Leistungstests oder Diagnostiken oder sowas. Also wir sind zum Training gekommen, wir haben trainiert, natürlich auch taktische Sachen, gar keine Frage. Aber wenn man das heutzutage sieht, die Spiele werden schon aufgenommen und es wird analysiert und gemacht und getan. Das gab es ja zu unserer Zeit gar nicht. Also wir haben trainiert, wir haben gespielt und alles war cool. Von daher war der Druck natürlich auch in Frankfurt. Auch in der Jugend musst du gewinnen oder du willst gewinnen, weil du in der Region einfach so der größte Verein bist. Aber ich glaube heutzutage stehen die Jungs schon viel mehr unter Druck, als wir das gestanden sind früher. Würdest du sagen, ich schließe jetzt daraus, dass es eigentlich früher einfacher war, Profi zu werden als heute? Einfach aus dem Grund, weil du dich vielleicht ein bisschen durchmogeln kannst. Also angenommen, du läufst jetzt nicht so viel, dann wird vielleicht alles nicht getrackt, alles nicht analysiert. Vielleicht hoffst du, dass es mal jemand übersieht, der Trainer oder was auch immer. Heutzutage ist ja alles, da kannst du ja gar nicht mogeln. Alles wird aufgenommen, alles wird getrackt? Ich glaube nicht, weil auch die Profis an sich sich ja verändert haben. Da wurde ja auch alles besser und alles schneller und noch mehr wird da ins Detail gegangen und wird darauf geachtet. Also ich glaube nicht, dass es früher einfacher war. Ich glaube, die Anzahl der Spieler, die von unten nach oben kamen und eine Chance bekommen haben, war ein Ticken größer. Was würdest du sagen, was ist denn die bessere Möglichkeit? Alles zu tracken oder vielleicht mal ein bisschen zu sagen, wir lassen den Spieler mal spielen und achten gar nicht darauf, jetzt wie viele Kilometer ist er gelaufen, sondern welchen Mehrwert bringt er der Mannschaft? Weil es gibt ja auch manche, die sagen, okay, der läuft nicht, der müsste vielleicht ein bisschen aussortiert werden oder was auch immer. Wie siehst du das? Wir haben letztens mit Markus Krösche zusammengesessen und wir haben so ein bisschen auch über die Jugendarbeit geredet, weil ja da auch schon immer der Druck herrscht, auch für den Trainer, ey, wir müssen jedes Spiel gewinnen und ihr müsst Meister werden und ihr müsst hier und da. Und da kommt schon die Ausbildung der Spieler an sich immer zu kurz. Da gibt es dann welche, die können rennen ohne Ende, aber können keinen geraden Pass spielen. Und ich glaube, das war damals dann, die haben uns Fußball spielen lassen. Natürlich gab es taktische Vorgaben, das ist gar keine Frage und wir mussten in einem gewissen System spielen, aber wir wurden gelassen. Und heutzutage musst du halt echt so, der Innenverteidiger darf nur das und die Position darf nur das und der muss das können. Da schneidest du vielen Spielern so, die stärken auch so ein bisschen ab. Und wenn man so sieht, so Zocker wie Musiala oder sowas, weißt du, den hast du einfach machen lassen oder würdest oder so. Die lässt du machen, die lässt du heute noch machen. Natürlich bleibt er dann vielleicht auch mal zu lange am Ball und bleibt drei, viermal hängen, aber den Mehrwert, den der der Mannschaft gibt, Bayern oder Deutschland, das sieht man ja, Lamin Jamal bei Barcelona genauso, die lässt du einfach Fußball spielen, weil du siehst, ey, die haben diesen Instinkt, die wissen, was sie machen, auch schon mit 17 und das wurde eine Zeit lang, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen gecuttet von den Trainern. Ja, das ist der Systemfußball, ja. Genau, so diese Soldaten, ihr Abwehrspieler, ihr müsst Zweikämpfe gewinnen und Kopfbälle gewinnen, das war's. Ne, die müssen auch Fußball spielen können, weil heutzutage wollen die meisten Mannschaften von hinten heraus Fußball spielen. Wenn du als Jugendspieler dann zu den Profis kommst und kannst keinen Pass spielen, dann bringt dir deine Zweikampfstärke auch nichts. Ja, aber ich glaube, es ist ja das, was, wir haben ja gerade so diesen Umschwung ein bisschen auch in der Nationalmannschaft oder in den Jugendmannschaften, dass man sagt, man hört auf, diesen typischen System, Fußball zu spielen, wie du schon sagst, mit der muss das können, der muss das können, sondern versucht, ein bisschen mehr wie so in Frankreich, in Spanien, in Holland, die Kinder zocken zu lassen. Wir haben halt auch lange in der Nationalmannschaft vor Musiala und Würz haben wir ja nicht diese kreativen Spieler gehabt oder generell auch in Deutschland. Du hattest Özil, dem wurdest du immer so dieses, ah, da ist seine Körperspannung und seine Körpersprache ist nicht so, aber er hat es ja auch allen bewiesen. Wir haben ja in Deutschland eigentlich an sich nicht so viele Spieler, die entwickelt werden und dann irgendwie teuer zu verkauft werden, was du ja in Frankreich vor allem hast. Du siehst ja, wie jedes Jahr irgendein Franzose von irgendwo kommt, bestes Beispiel ist bei euch, Colomani zum Beispiel. Weil nur Hugo Junior und wie sie alle heißen, also du kriegst ja Luis Openda, die alle aus Frankreich zu uns kommen und wo man dann sieht, klar, die müssen sich auch noch entwickeln, die haben auch noch ihre Dinge, wo sie dran arbeiten müssen, aber die sind schon viel kompletter und viel reifer wie die Jugendspieler, die zu uns hochkommen. Ist nicht immer so, Tom Bischof, glaube ich, von Hoffenheim, der auch schon ein Top-Talent ist. Man sieht, es geht, aber was die Masse angeht, ist es in anderen Ländern viel mehr so als hier in Deutschland. Also ich denke auch, dass man diesen Instinkt, den ein Spieler hat, den muss er sich selber beibringen im Jugendalter, den kannst du ihm nicht beibringen. Aber dieses Statische, das kannst du ihm ja mit 20 immer noch beibringen. Also würde ich sagen, lass die Spieler lieber dieses Instinkt-Fußball wie in Frankreich, die sollen sich dasselbe aneignen. Und das Statische mit, du musst das und das und das, das kannst du nicht ernähren. Wollte ich gerade sagen, diese Sache, da kannst du die Spieler in die Bahn legen. Da kannst du sagen, ey, taktisch hier und da, das können die immer noch lernen. Aber lass uns mal zurück zu deiner Karriere kommen. Wann war denn das erste Mal, dass du bei den Profis zum Training warst? War das für ein Gefühl, wie hast du diese Nachricht übermittelt bekommen? Er kam dann irgendwann zu mir und hat gesagt, ey, du, 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 Trainer will euch mal sehen. Ich war damals eine Stange, ich hatte, keine Ahnung, ein paar 70 Kilo, war natürlich groß und konnte auch schon kicken, aber das sind zwei Welten gewesen. Wer waren denn so Spieler, die da waren? Du hast Andi Möller jetzt erwähnt, wer war noch so, wo du sagst? Ich habe Alex Schuhe, Oka Nikolov mit dem Oka, habe ich ja auch jahrelang noch Bundesliga gespielt, Uwe Binderwald und als ich dann zu den Profis hoch bin, Ari van Lent, Markus Bayerle und das war schon, da sind halt schon Profis gewesen. Das waren Männer und wir waren, oder ich war ein Jugendlicher, der dann hochkam. Also das war, das war eine komplett andere Welt. Was ist der größte Unterschied zwischen Jugendfußball und Profifußball? So diese Abgezocktheit, dieses Körperliche. Also wie gesagt, heutzutage, wenn da A-Jugendspieler hochkommen, das sind auch schon Männer. Ich war ein Junge, der da hochkam. Also ich war ein Hemd, ich hatte keine Härte, das ist natürlich auch alles viel schneller, heutzutage noch schneller, das ist ja das, was wir eben sagten. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage einfacher ist, Profi zu werden, wenn man als Jugendspieler hochkommt und dann hast du da, keine Ahnung, Musiala und Sané und sowas, die haben natürlich, das sind Topspieler und dann kommst du da als junger Spieler. Weiß ich nicht, ob das früher vielleicht doch einfacher war, Profi zu werden. Ich war komplett überfordert am Anfang, muss man sagen. Das glaube ich dir. Also die Namen, die du erwähnt hast, wenn man da als Jugendlicher hochkommt und ich glaube, wie du es halt auch schon sagst, du warst früher nicht so gut vorbereitet auf den Bereich. Also jetzt, wenn du hochkommst, dann kannst du schon, ich will nicht sagen, du kannst mithalten, aber wahrscheinlich vielleicht ein bisschen eher als... Ja, ja, voll. Also wie gesagt, mein erstes Training damals war gegen Ari van Lent und das war so eine Kante. Und wenn der vor dir gestanden hat und hat den Ball abgeschirmt, da hast du den Ball erst mal gar nicht gesehen. Und der hat dich dann halt fünfmal eingedreht. Klar. Und wir reden jetzt, man möge es mir verzeihen, über Ari van Lent. Also da gibt es ja ganz andere Kaliber, die da damals in der Bundesliga schon rumgerannt sind. Ich habe meinen Profi-Vertrag direkt nach meinem letzten A-Jugendjahr unterschrieben und war dann fest bei den Profis. Damals hatten wir auch schon die Amateure, also jetzt die heutige U23 nennt man das. Da habe ich dann gespielt. Ganz normal jeden Tag bei den Profis mittrainiert, Abschlusstraining dann teilweise Amateure und habe dann da am Wochenende Amateure gespielt. Du hast jetzt Profi-Vertrag erwähnt. Da hast du dann ein bisschen Geld verdient. Magst du sagen, was du verdient hast? 2.500 brutto. Ist nicht viel, nein. Also ich glaube, heutzutage gibt es Standard-Profi-Verträge für die jungen Spieler. Also so ein Mindestlohn. Genau, wie so ein Mindestlohn. Keine Ahnung, wo der liegt. Das weiß ich gar nicht. Aber zu der Zeit waren es 2.500 brutto und auch da dachte ich, ich bin der King. Also wie gesagt, ich hatte in der Jugend Fahrtgeld. Ja, aber das war 2004 war das Geld. Ja. Also 2.500 brutto, das sind ja wie heute 10. Ja, genau. Aber wie, das sage ich ja, ich habe Fahrtgeld bekommen. Das war das Einzige in der Jugend, was ich bekommen habe. Und dann kriegst du auf einmal 2.500 brutto und auch da in den Verträgen steht ja schon drin, okay, solltest du spielen. Also nicht Einsatzprämie, aber es gibt dann eine Siegprämie und sowas, dann sind dann Zahlen gewesen, wo du denkst, boah krass. Die kannst du erreichen. Ja. Magst du sagen, was so eine Siegprämie da war? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Wenn du schätzen müsstest. War gar nicht viel, es waren 300 pro Punkt oder sowas. Nur? Bei den Profis? Ja, wie gesagt, ich habe 2,5 verdient. Wenn man das vergleicht mit dem, was man jetzt verdient, ich sage jetzt mal, als Spieler aus der Jugend hoch, erster Profisvertrag, ich sage jetzt mal, roundabout 10, dann ist die Punktprämie wahrscheinlich auch nochmal ein Tausender oder sowas pro Punkt. Aber das ist ja von Spieler zu Spieler unterschiedlich, die Punktprämie. Ja, ja, genau. Das wird ja individuell verhandelt. Okay, dann ist ja 300, dann ist ja 300 gar nicht so schlecht. Genau, das wären 900 pro Sieg gewesen, hätte ich gespielt. Also das war für mich schon mehr als eine Stange Geld. Ja, 100 prozent, wie ich schon gesagt habe, also 2004 war das Geld und du warst auch noch jung. Genau, da waren die Preise auch noch ein bisschen anders. Ja, wie gesagt, heute war es wie 10.000 heute. Ja, 100 prozent. Was ist Friedhelm Funke für einen Fentyp und wie wichtig war er für dich und deine Entwicklung, ihn als ersten Trainer zu haben bei den Profis? Ohne ihn wäre ich kein Profi geworden. Also safe nicht. Also ihm habe ich zu verdanken, dass ich Bundesligaspieler geworden bin. Gar keine Frage. A, weil er an mich geglaubt hat, auch schon als junger Spieler, weil er irgendwas an mir gesehen hat. B, weil ich nicht dieses professionelle Verhalten an den Tag gelegt habe, wie es ein Profi tun sollte. Er hat auch einen oder anderen Blödsinn gemacht, wo er dann gesagt hat, ey, bist du mal sechs Wochen bei einem Amateur, aber dann gebe ich dir wieder die Chance und dann lässt du den Scheiß bleiben. Und er hat mich zum Bundesligaspieler gemacht. Er hat mich nicht fallen lassen. Vielleicht hätte mich ein anderer Trainer da damals direkt rasiert. Und dann wäre ich direkt, da war die Karriere zu Ende gewesen, bevor sie angefangen hat. Ihm habe ich das zu verdanken, dass ich Profi geworden bin und dass ich so lange dann auch in der Bundesliga gespielt habe. Er war zu uns jungen Spielern auf der einen Seite natürlich hart, weil Bundesliga-Profigeschäft ist hart. Auf der anderen Seite hat er uns aber auch die Zeit gegeben, um uns zu entwickeln, um uns an das Ganze zu gewöhnen. Alles in allem würde ich schließen, du bist ihm sehr dankbar? Ja, voll. Also wie gesagt, ohne ihn wäre ich wahrscheinlich, unter einem anderen Trainer wäre ich wahrscheinlich kein Profi geworden. Du hast erwähnt, dass ihr aufgestiegen seid in der ersten Saison. Was ist das für ein Gefühl, in deiner ersten Profisaison schon so einen Erfolg zu feiern? Weil ich sage, Bundesliga-Aufstieg ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Wie war das für dich dann halt auch mit gestandenen Profis das zu erleben? Du bist in diesem Profileben, du steigst auf, alles drum und dran, nimm uns mal ein bisschen... Das Dato, das Größte, ne? Also wenn du einen Aufstieg feierst, ich weiß noch gar nicht, ob wir damals schon auf dem Römer dann waren und haben den Aufstieg gefeiert. Ich glaube sogar doch. Also es ist schon krank als 18-Jähriger dann vor zigtausenden Fans, die dir zujubeln und sowas. Du weißt selbst, eigentlich hast du gar keinen Beitrag geleistet dafür, aber du bist trotzdem Teil des Kaders gewesen. Das dann zu feiern mit dann anschließend noch irgendwie Mannschaftsfeier in einem Beachclub damals in Frankfurt waren wir. Ja, und dann ging dann auch die Zigarre da rum und sowas und du als 18-Jähriger dann so eine Zigarre in der Hand hältst und dann dran ziehst und wow. Na, heute wärst du gecancelt worden dafür, wenn du das machst. Das steht dann in allen Zeitungen, Marco Russ, 18 Jahre. Ne, das war der Inner Circle. Da gab es damals auch noch nicht so viel mit Instagram und hier mach einer ein Foto und schick das irgendwie jemandem oder es geht irgendwie online. Das ist natürlich auch noch so eine Sache, wo wir wahrscheinlich drauf zu sprechen kommen, dass das damals noch gar nicht so gläsern war. Gott sei Dank, ich finde... Früher konntest du viel mehr Blödsinn machen. Ich glaube, man konnte es auch ein bisschen mehr genießen, so, ne? Voll. Also wie gesagt, heutzutage, wenn da ein junger Spieler rausgeht und schlägt mal über die Stränge, dann musst du halt auch immer aufpassen, dass am nächsten Tag nicht irgendwie was gepostet wird oder irgendwo was landet oder sowas. Das gab es in unserer Zeit gar nicht. Du hast 2006 UEFA Cup 2-2. Weißt du, worauf ich, welche Spiele ich hinaus möchte? 2-2 UEFA Cup 2-2 war Fenerbahce in Istanbul, ja. Ich habe ganz viele türkische Fans, die mich ganz viel zu dem Spiel fragen wollten. Mein persönlich bestes Auswärtsspiel in meiner Karriere. Wirklich? Ja. Ich habe noch nie so ein lautes Publikum erlebt wie in Istanbul. Das war krank. Also wie gesagt, unsere Fans sind schon krank und sind laut. Aber was da los war, wir haben ja 2-0 geführt damals. Ich glaube, Takahara hat damals den Doppelpack gemacht. Und da war es Friedhof. Also es war so leise. Man hat jede Summe, jede Biene hätte man hören können. Aber die haben den Anschlussreffer gemacht und wir hätten uns nicht mehr unterhalten können. Es war so laut. Es war krank. Also es war Wahnsinn. Ich habe ja mit Benni Köhler auch gedreht und der hat genau das gleiche erwähnt. Der hat gesagt, das war mit Abstand die beste Stimmung, die er in seiner Karriere erlebt hat. Was würdest du sagen, was macht denn diese türkischen Fans aus? Also auch diese Stimmung und so. Das ist ja was ganz Besonderes. Kann man irgendwie gar nicht bescheiden. Ich bin einfach nochmal extrem fanatisch. Da ist es halt, hier in Deutschland hast du es so, du hast deine Fankurve. Bei uns haben wir das Glück, die ganze Gegentribüne und eigentlich alle bis so ein bisschen Business-Bereich und so, die sind ein bisschen leiser. Ist ja unser Stadion auch schon laut. Aber dort in der Türkei waren wir auch, als wir gegen Besiktas gespielt haben, war ich mit vor Ort und habe auf der Analyse-Tribüne gesessen. Und da macht halt jeder mit. Also da ist es wirklich so, dass wenn du 40.000 hast, dass dann wirklich 40.000 rumschreien. Ich glaube, das macht das nochmal so extrem. Die sind ja brutal fanatisch und die leben halt wirklich, da lebt jeder einzelne Fan halt 100% im Verein. Bei uns sind es dann halt, ich sage mal 90%, weil dann halt 10% Fans dabei sind, die dann halt, ja keine Ahnung, die das Spiel haben. Du hast mit 20 Jahren, hast du auch ein verrücktes Erlebnis gehabt. Du hast im DFB-Pokalfinale gegen Bayern gespielt. Du hast 90 Minuten gespielt. Das war ja genau die Saison, wo ich dann Ende der Hinrunde, die komplette Rückrunde plus das Finale dann spielen durfte. Und das ist natürlich dann das Highlight. Damals Bayern, also nicht damals Bayern, Bayern ist ja heutzutage auch noch das Maß aller Dinge. Klar, aber du hast gegen eine Generation gespielt, die kennen heute wahrscheinlich, also ich habe ja auch jüngere Zuschauer, die wissen nicht, wovon wir reden. Wir reden von Oliver Kahn, wir reden von Roy Mackay, wir reden von Willi Sagnol, also wir reden von Spielern, die sind jetzt nicht mal, die sind vielleicht sogar schon fast zwei Generationen weg. Aber wir haben jetzt heute die Generation Musiala, wir haben davor die Generation Ribéry Robben, die ist ja schon fast die dritte Generation, die da entfernt ist. Beschreib uns mal bitte so ein bisschen so ein Spiel gegen so eine Mannschaft in deinem jungen Alter auch, also du spielst gegen so eine Erfahrung. Ich muss echt sagen, ich war nicht so angespannt und nervös wie zu meinem ersten Bundesliga-Spiel damals in Köln, weil ich ja dann doch schon ein paar Spiele auf dem Huckel hatte und man gewöhnt sich schon so ein bisschen dran. Aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes, so dieses DFB-Pokal ist nochmal ein Event für sich. Das ist nochmal was ganz anderes, so seine eigene Welt. Wie hoch ist die Qualität? Was ist der größte Unterschied auch zu heute? Oder lass uns mal zu früher gehen. Was war der größte Unterschied damals Bayern zu euch Frankfurt? Ihr habt ja verloren, ihr habt nicht gewonnen. Jeder einzelne Spieler. Jeder einzelne Spieler war eins, zwei Klassen besser als jeder Spieler von uns. Das muss man einfach so sagen. Also du konntest den Kahn nicht mit Ocker vergleichen, du konntest, keine Ahnung, Michat Balak und wie die alle heißen, Pizarro hat gegen uns gespielt, da hat er das Tor gemacht. Das waren einfach, das waren damals schon Weltstars. Also so muss man das einfach sagen. Und wir als kleines Frankfurt haben es ins Pokalfinale geschafft. Und dass wir dann so abgeschnitten haben, das hätte uns eh keiner zugetraut. Also wir sind ja eigentlich, haben wir unglücklich 1-0 verloren, weil wir auch schon riesen Chancen hatten, dann auch gerade nach dem Rückstand. Von daher, das war schon, dass wir das so lange offen halten konnten. Das Spiel war Wahnsinn und mit ein bisschen Glück hätten wir es sogar in die Verlängerung geschafft. Zu dem Zeitpunkt gab es eine Mannschaft, die heute nicht mehr so gut ist, die damals auch sehr erfolgreich war. Schalke 04. Eine überragende Mannschaft, was die für Spieler damals hatten. Kevin Korani, Lincoln, Manuel Neuer dann auch im Tor. Aber wie beschreibst du dir oder wie kannst du diesen Downfall von Schalke so ein bisschen erklären, ohne dass du jetzt drinnen bist oder was auch immer? Weil es geht ja relativ schnell und ist ja auch nicht der einzige Verein, wo sowas passiert. Aber Schalke ist so mit das beste Beispiel, weil die halt so extrem erfolgreich waren. Natürlich waren die konstant, also es war eines der Top-Teams in der Bundesliga mit Qualifikation dann irgendwann auch in die Champions League. Und dann halt einfach, glaubst du, ein bisschen über ihren Verhältnissen gelebt, was Gehalt des Kaders angeht, was Spiele-Einkäufe angeht. Dass sie dann halt einfach die Kohle rausgeprügelt haben und dann hast du auch, so eine Mannschaft hat irgendwann mal ein Jahr, wo es nicht so läuft. Also wenn man sieht, wie Stuttgart letztes Jahr performt hat, haben sie im Gegensatz zu letztem Jahr, dieses Jahr natürlich auch wieder ihre Probleme. Dann kommt mal der verletzte Spieler dazu, dann kommt mal die Leistungsschwankungen dazu. Das sieht man ja in der kleinen Version jetzt gerade bei Stuttgart, dass die aktuell nicht an das Level rankommen wie letztes Jahr. Und wenn du, glaubst, so viel investierst und so Kohle rausprügelst, wie es Schalke dann zu der Zeit gemacht haben, als sie dann auch Champions League waren und auch erfolgreich waren. Wenn du dann eine Saison hast, die dir so ein bisschen das Genick bricht, steigst du ab und dann musst du von einem Etat, sag ich jetzt mal ganz dumm, 100 Millionen, musst du auf einmal einen Etat von 20 Millionen haben. Dann fliegen dir ja alle Spieler um die Ohren, alle Spieler müssen verkauft werden, dann hast du ein junges Team und als junges Team in der zweiten Liga bist du aufgeschmissen. Und dann zu sagen, ja, wir steigen direkt wieder auf, das war früher vielleicht noch einfacher, aber das hast du dieses, also die Jahre jetzt, die letzten fünf, sechs Jahre, sieht man ja, Hamburg, Hamburg versucht es jedes Jahr. Jetzt hast du Schalke, Hertha, Köln, die teilweise, die teilweise dann auch Schalke, bis die jetzt immer noch, ich sag jetzt mal, wir sind ja noch frisch in der Saison, die gegen den Abstieg spielen aktuell noch, die mit Aufstieg mal gar nichts am Hut haben. So einfach ist das nicht mehr. Früher war das, glaube ich, einfacher, da bist du runter, dann hast du ein bisschen den Etat gekürzt, hast ein paar junge Spieler dazu gehabt, dann hast du trotzdem noch den Stamm gehabt und dann bist du wieder hoch. Heutzutage wirst du dann in so einer Liga aufgefressen. Aber ich muss sagen, es ist immer, also ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, ich nehme jetzt ein Beispiel Union Berlin, die dann jetzt auch vor zwei Jahren dann auch unten drin irgendwo waren, dann es geschafft haben, eine überragende Saison zu spielen, in die Champions League kommen und dann hast du ja aber immer diesen Zwiespalt zwischen Geld ausgeben, um sich zu etablieren und vielleicht nächstes Jahr wieder Champions League zu spielen oder es halt nicht zu machen und dann, wer weiß, wo du am Ende landest. Und ich sage mal noch wieder, bestes Beispiel, Union, die haben Geld ausgegeben und es hat nicht geklappt. Das ist immer so die Sache, du bist als Union, als Mannschaft, hast du dich für die Champions League qualifiziert, dann hast du Kohle, du musst investieren, weil du denkst, okay, du brauchst auch Spieler, die vielleicht schon Champions League Erfahrung haben. Dann holst du Robin Gosens, holst den Stürmer und holst den Spieler und dann denkst du, okay, jetzt hast du auch ein paar Nationalspieler im Team und dann funktioniert es nicht, weil es vielleicht dann halt innerhalb der Mannschaft nicht mehr so, du hast dann den einen oder anderen Star mehr, der vielleicht da oder da mal aneckt, weil er dann auch seine eigene Meinung hat und auch mal was sagt, was vielleicht ein bisschen unbequem ist. Und dann hast du aus diesem Gefüge, was ein Jahr vorher perfekt funktioniert hat, jetzt auch nicht mit übertollem Fußball, aber die haben einfach erfolgreich gespielt. Und dann kommen andere Komponenten dazu und schon spielst du auf einmal als Champions League Teilnehmer schon fast gegen den Abstieg. Die haben gegen den Abstieg gespielt. Die haben gegen den Abstieg gespielt und das ist halt krass, wie schnell sich sowas wandeln kann und von daher haben wir auch die letzten sieben, acht Jahre trotz des Erfolges, natürlich gibst du mehr aus, weil du auch mehr verdienst. Du musst auch irgendwie mehr ausgeben, um dann halt dann auch da zu bleiben, wo du bist, aber trotzdem immer mit einem gewissen, mit einer gewissen Vernunft. Und das haben dann andere Vereine, die haben dann halt rausgeprügelt unter Ende und das hat denen dann am Ende das Genick gebrochen. Ja, also wie gesagt, ich stelle es mir nicht so einfach vor für die Personen, die da handeln. Das sowieso nicht, also das steht dir außer Frage. Aber man sieht es halt auch immer wieder, ich habe das Gefühl, jedes Jahr irgendein Verein, der da halt alles falsch macht und so ein richtiger Dorn vollkommt. Also wenn du dir mal vorstellst, was wir in der zweiten Liga dieses Jahr haben an Vereinen. Zu meiner Zeit warst du Rot-Weiß Erfurt, Alemannia Aachen, Wackerburghausen und so, das waren so die Zweitligamannschaften unter Hachingen. Und jetzt hast du in der zweiten Liga eigentlich nur Erstligamannschaften. Also gegen die ich früher in der ersten Liga gespielt habe, die sind alle in der zweiten Liga. Hertha, Schalke, Hannover, alle, Köln, Hamburg, die waren alle in der ersten Liga. Gegen die habe ich alle meine Profispiele gemacht und die sind alle weg vom Fenster. Ja, da musst du dir mal auch überlegen, du musst mal jemanden, der im Ausland ist zum Beispiel erklären, dass du einen Verein hast in der zweiten Liga wie Schalke, der jeden Spieltag ausverkauft ist. 60.000, das musst du jemandem erklären im Ausland. Wie gesagt, so Mannschaften waren ja in dem internationalen Zuschauer-Ranking, waren die ja europäisch überall vertreten, weil die halt, wie du schon sagst, einen Schnitt von 60.000 haben. Die haben die größten Arenen, da ist immer voll. Und dass dann halt so Mannschaften in der zweiten Liga spielen und das dann auch über Jahre, Hamburg auch. Ich habe es geliebt, in Hamburg zu spielen, war auch immer ein Top-Auswärtsspiel, die Fans top und dass sie halt so krass von der Bildschirmfläche verschönt und es waren. Ich hoffe es für die ganzen Vereine, ohne dass ich jetzt was mit irgendeinem Verein von denen zu tun habe, einfach, dass sie einfach, die gehören in die erste Liga. Ja, voll. Also das steht außer Frage. Okay, dann lass uns mal zurück zu dir kommen. Du hast Friedhelm Funkel ein paar Jahre gehabt als Trainer, der wurde dann 2011 entlassen und dann kam Skibbe, Michael Skibbe. Der war nicht so erfolgreich, es lief nicht gut. Was hat sich da geändert, dass es auf einmal nicht mehr so, also ich sag mal, ihr habt ja vor die Jahre auch jetzt nicht irgendwie um die europäischen Plätze oder um was auch immer gespielt. Ihr wart immer so im guten Mittelfeld, mal unten, mal oben, aber was ist dann passiert, dass es wieder so komplett runterging? Das war halt auch so, dass wir dann jetzt nicht übererfolgreich waren, aber wir waren, wie du schon sagst, konstant und dann holst du halt auch ein paar Spieler dazu und dann hat es so innerhalb der Mannschaft, war nicht so harmonisch, wie es die Jahre vorher war. Und wir haben ja die Hinrunde noch top gespielt, ich glaube wir waren Fünfter oder so, wir hatten 27 Punkte zur Hinrunde und waren eigentlich im europäischen Wettbewerb drin. Dann haben wir eine Rückrunde hingelegt, die war brutal. Ich glaube, wir haben die ersten sieben, acht Spiele kein einziges Spiel gewonnen, kaum noch Tore geschossen. Gekas hat in der Hinrunde alles kaputt geschossen, alles kurz und klein geschossen. Bist du in dieser Spirale, von der alle immer zählen? Aber die gibt es, oder? Ja, voll. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, die Hinrunde war, Gekas hat alles kaputt geschossen, der hat die ersten neun Spiele, glaube ich, kein einziges Tor gemacht, wo du dachtest, hä, was ist jetzt? Und dann bist du in diesem Strudel drin und dann versuchst du, machst du, dann macht der Kopf, der Kopf spielt so eine enorme Rolle, der macht dann auch noch zu und dann hast du das, die Fans werden unruhig, werden teilweise dann auch aggressiv und pfeifen und machen. Das trägt dir alles nicht dazu bei, dass du wieder so ein bisschen selbstbewusst da rumrennst und dann bist du in so einem Sog drin, da kommst du nicht mal raus. Das ist Wahnsinn. Und viele unterschätzen immer, was so der Kopf eines Fußballers, wie viel der ausmacht. Siehst du ja auch schon bei Mannschaften wie Real, wie Man City, die hat jetzt das fünfte Spiel in Folge verloren. Kannst du keinem erzählen, ne? Das ist eine Mannschaft, wo du, das würdest du nie glauben, aber auch bei denen ist es so, da willst du mir nicht erzählen, dass sie über Nacht das Fußballspiel verlernt haben, aber auch da macht eine Niederlage was mit dir, auch die haben dann Kopf. Das brennt sich dann da auch ein und schon verlierst du gegen Mannschaften, wo du sagst, Man City, da schickst du die zweite Mannschaft vorbei und die hauen die weg. Und auch die kriegen dann sowas und dann ist es dann bei so Mannschaften wie Frankfurt oder anderen noch viel schlimmer. Klar, ich will mir nicht ausmalen, wenn wir morgen lesen, Pep Guardiola wurde entlassen. Ja, der hat doch erst verlängert. Ist doch scheißegal. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, lass den mal noch diese fünf Spiele verlieren. Ja, aber normalerweise ist das ja, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ey, der Fußball gibt alles her. Wir sitzen heute hier, Steffen Baumgart wurde entlassen, muss ich sagen, natürlich hat er nicht die Leistung geholt oder erreicht oder erzielt, die er erzielen sollte. Im Endeffekt ist er aber auch nur der Trainer, Leistung bringt, ist auch immer so eine Sache. Ja, klar, aber du weißt ja, wie das ist. Ich denke mal, du als Ex-Profi weißt es auch am besten, ich sage auch immer, die Spieler spielen nicht der Trainer, aber der Trainer trägt halt auch irgendwo seinen Teil zu Beinen. Sowieso. Er wurde auch Skipper bei euch entlassen und es kam Christoph Daum. Der war auch nur drei Monate da, hat das Schiff auch nicht rumreißen können, ihr seid abgestiegen. Was passiert da generell, wie verändert sich der Fußball, wie verändert sich die Stimmung generell auch in der Mannschaft, wenn man kurz davor steht oder zu wissen, ey, es ist over, wir gehen runter. Wir hatten natürlich immer noch so die kleine Hoffnung, es war rechnerisch immer noch möglich, also du glaubst, du hoffst und glaubst auch dran, aber ich glaube, unser letztes Spiel war damals in Dortmund und da hat Ralf Fährmann schon alles gehalten, was es zu halten ging und du hast trotzdem gemerkt, ey, hier ist eigentlich nichts zu holen. Abgestiegen bist du eigentlich die komplette Rückrunde, da hatte das letzte Spiel dann auch kein Dings mehr und auch Christoph Daum konnte da nicht mehr was machen. Wie es so ist, dann hast du hier deine Grüppchen, hast da deine Grüppchen, jeder ist unzufrieden mit anderen und keiner, jeder schiebt so seine Fehler den anderen zu. Dann hast du auch dieses Mannschaftszusammenhalt, ist dann auch nicht mehr da, jeder guckt so ein bisschen nach seinem Arsch und jeder beschäftigt sich dann auch wahrscheinlich schon damit, ey, wenn wir absteigen, was machen wir oder was mache ich persönlich und sowas. Es hat leider nicht geklappt, ihr seid abgestiegen und du bist dann nach der Saison auch gewechselt. Warum? Hattest du keine Lust auf die zweite Liga oder hast du, ich sag mal, ich finde es gar nicht so verwerflich, wenn man sagt, man sieht sich nicht in der zweiten Liga, weil es ist immer so, ja, geh doch mit dem Verein runter und was auch immer, ja, kann man machen. Finde ich aber nicht verwerflich zu sagen, nein, möchte ich nicht, weil es nicht dein Anspruch ist. Wie war es bei dir? Ne, also ich wäre auch mit runtergegangen. Dafür bin ich viel zu viel mit Frankfurt auch verwurzelt gewesen, schon, wie gesagt, meine ganze Karriere dort gestartet, die ganze Jugend dort verbracht. Aber ich habe auch schon während der Saison immer schon so das Gefühl gehabt, ey, es ist bei mir so, egal wie ich spiele, egal wie meine Leistung ist, ich spiele. Ich habe das Gefühl gehabt, ich brauche mal einen Tapetenwechsel. Ich muss mal raus, ich brauche eine neue Herausforderung. Ich war Stammspieler in dem Verein und ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe immer gespielt und ich hatte für mich so das Gefühl, ich brauche eine neue Herausforderung. Ich muss mal gucken, ob ich mir noch irgendwo, gibt es da noch irgendwie, gibt es da Grenzen oder sonst was. Natürlich wurde es dann so ein bisschen gedreht, okay, jetzt sind wir abgestiegen, jetzt haut er ab. Aber wenn die Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, sei es mein Berater oder auch Frankfurt, die wussten, dass ich mich damit beschäftige. Und ich wäre auch zu 100 Prozent, hätte ich den Verein gewechselt, wenn wir in der ersten Liga gewesen sind. Also dann wäre es nicht so gewesen, da hätte ich gesagt, okay, jetzt sind wir in der ersten Liga, jetzt bleibe ich. Nein, ich wollte diesen Tapetenwechsel zu der Zeit und den habe ich dann auch durchgezogen. Und für die Fans, also für Teile der Fans, war das dann halt so, okay, jetzt die Ratte verlässt es, sinken die Schiffe so ein bisschen. Verstehst du sie ein bisschen? Ja, klar. Also grundsätzlich kann ich das verstehen. Ich persönlich würde über Leute nicht so denken, weil ich in dem Business drinne bin. Du bist zu Wolfsburg gewechselt. Ich weiß gar nicht, ob ich es bis jetzt überhaupt erwähnt hatte, Vollfeld Wolfsburg. Warum da? Und hast du andere Angebote gehabt? Eigentlich wollte ich schon in der Bundesliga bleiben. Also zu der Zeit gab es noch nicht die Überlegung, irgendwie Ausland oder sowas. Klar hat mein Berater damals auch so ein bisschen was abgeklappert. Wolfsburg war dann so, Magath war ja Trainer und dann war das für mich so eine Sache, okay, das ist nochmal qualitativ. Nochmal eine andere Hausnummer, auch Einzelspieler-Technik. Und dann habe ich gesagt, komm, ich nehme die Herausforderung an und schau mal, wie das für mich dort läuft. Du hast angesprochen, Felix Magath Trainer. Felix Magath hat verrückte Methoden. Der ist ein verrückter Typ, hört man immer. Da ranken sich ja die Gerüchte rum. Na, dann sag uns mal, kannst du es bestätigen? Ja, teilweise. Was ist er für ein Typ? Hast du irgendeine verrückte Story mit ihm? Um Felix Magath in meinen Worten zu erklären, der ist einfach, für mich war es Two-Face. Also außerhalb vom Platz, alles, was nicht mit Fußball zu tun hatte, sei es Organisation für Mannschaftsabende, im Trainingslager, wenn wir den Tag frei hatten oder wenn er organisiert hat für die Familien, irgendwelche Oktoberfeste, top. Du konntest dich so mit ihm überranken und halten. Aber der hat natürlich auch die Seite gehabt, Fußballplatz war für ihn, ey, entweder du bringst deine Leistung oder du bist weg vom Fenster. Also bei ihm ging das auch ziemlich schnell. Dass du zwei Spiele nicht performt, warst du sechs Spiele, sieben Spiele raus. Hast du deine Leistung gebracht, so wie er sich das einigermaßen vorstellt? Dann hat er auch auf dich gesetzt. Ich hatte beides. Ich hatte am Anfang meine Zeit, da hatte ich wahrscheinlich auch noch Welpenschutz, als ich gekommen bin, lief es gut, top. Dann hatte ich sieben, acht Spiele, da habe ich so gar keine Rolle gespielt. Ich war zwar im Kader, aber habe keine Rolle gespielt. Und dann habe ich anscheinend wieder das umgesetzt oder so ein bisschen umgesetzt, wie er sich das vorstellt. Und dann habe ich auch wieder gespielt. Ich habe am Ende, glaube ich, 21 oder 22 Spiele gemacht. Also für mein erstes Jahr in einer neuen Mannschaft, wo die Qualität nochmal höher war, war das für mich absolut okay. Natürlich dann der Druck, den er ausübt teilweise, die Methoden, die sind dann schon, da kann man drüber diskutieren. Das ist auch nicht jedermanns Sache, muss man sagen. Da muss man auch schon abgewichst genug sein, um das alles so über sich ergehen zu lassen. Was sind denn so Methoden? Die Leute möchten ein bisschen was hören. Du, das haben ja schon so viele gesagt, dass er, wir hatten Läufe im Wald und wo dann die Physios eigentlich den Wagen mit Getränken bereitgestellt haben für die Getränke nach dem Dings, die er dann einfach hat wegräumen lassen. Es waren teilweise so Sachen dabei, wo er, glaube ich, selbst sehen wollte von den Spielern, okay, könnt ihr diesen Schweinehund, der schon kein Schweinehund mehr war, keine Ahnung, was es war, dann einfach ertragen und macht das, was ich will? Oder gibt es halt auch Spieler, die sagen, ey, nee, packe ich nicht, will ich nicht? Also viele, viele mentale Sachen, wo er dann echt teilweise auch über die Grenzen ging, aus meiner Sicht. So schlimm es halt auch klingt, muss ich auch wieder sagen, sein Erfolg gab ihm halt auch in vielen Sachen recht. Also Dubelsieger hier, Deutscher Meister, Wolfsburg da, also was ich sagen konnte, ich war topfit zu der Zeit. Das sagt jeder. Es war, was die Fitness anging, war das mein absoluter Peak. Das sagt jeder. Ich bin teilweise, man muss es echt sagen, mit Muskelkater in die Spiele gegangen. Also am Spieltag selbst beim Warmmachen hatte ich noch Muskelkater. Aber trotzdem war es dann so, dass du im Spiel selbst konntest du dann wirklich, wenn ab der 75., wenn der Gegner so einigermaßen platt war, konntest du dann halt nochmal einen draufsetzen. Wo du die ganze Woche drüber denkst, ey, wie soll ich am Wochenende spielen? Aber es ging dann trotzdem irgendwie. Er war dann halt so, wenn ihm was nicht gepasst war, raus, Nusserspieler rein. Das war halt dann echt... Bisschen zu schnell vielleicht. Ja, brutal. Zu hart auch, ja. Ich muss sagen, weil du auch erwähnst, mit Fitsein und alles drum und dran und die Methoden und du hast auch erwähnt, Dubelsieger hier, Pokalsieger, was auch immer, oder Deutscher Meister, aber vielleicht sind Methoden auch einfach irgendwann veraltet? Ja, voll. Also ich glaube schon, heute wird ja auf alles geachtet. Heute wird jeden Tag Blut abgenommen, um zu schauen, wie die Werte sind. Braucht einer ein bisschen weniger Training? Oder kannst du den ein bisschen mehr belasten? Heute wird ja auf alles, es wird ja alles kontrolliert. Magath hat das halt so gemacht. Der hat geschaut, okay, kann der noch? Kotzt er schon? Nee, geht noch. Bei ihm gab es auch keinen Laktatest. Und der hat gesagt, ich sehe, ob die Spieler fit sind oder nicht. Da brauche ich keinen Laktatest. So war der. Das war halt einfach oldschool. Alte Schule, ne? Ja, heutzutage. Man nennt die nicht umsonst Quelix, Magath. Ja, da hat man auch das eine oder andere Mal zu Hause dann auch zu knabbern, wo du dann denkst, ey, wow, ist das geisteskrank. Aber die Kehrseite war halt, wir waren im Trainingslager und Schäfi damals, Kapitän Marcel Schäfer, ist dann zu ihm hin. Wir hatten den Nachmittag frei. Da hat er gesagt, du Trainer, wir wollen da und da am Nachmittag essen gehen. Dann hat er dem halt einfach zweieinhalb Tausend in die Hand gedrückt, aus seiner Tasche. Und hat gesagt, hier, macht euch einen schönen Nachmittag. Also die Seite gab es auch. Also in sich ein guter Mensch auch wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, außerhalb vom Platz top, konnte man nie meckern. Aber er hat halt die andere Seite auch gehabt, die schon brutal war. Ja, aber im Endeffekt ist es ja so, wie wenn einer, ich sag's auch immer wieder, wenn einer zur DSDS geht und sich dann aufregt, wie Dieter Bohlen über einen herzieht. Und du weißt das. Du weißt das seit 20 Jahren, wie der ist. Und da renne ich nicht zu DSDS, lass mich beschimpfen und heule dann danach rum. Also jeder wusste ja auch, wie Maga trainiert. Und dann im Nachhinein aber dann großartig rumzuheulen, das macht man nicht. Wir hatten vorhin über Guardiola und über City gesprochen. Du hast gegen den auch gespielt, in der Bundesliga, wo er bei Bayern Trainer war. Was war das für ein Fußball, den er gespielt hat? Wie ist man mit diesem Fußball umgegangen? Wie hat man diesen Fußball verteidigt? Weil das war ein Fußball, der anstrengend war, schwer zu verteidigen. Der war, ich will nicht sagen, relativ neu, weil diesen Fußball hat er 2009 bei Barcelona begonnen. Aber er war neu für die Bundesliga. Und ich glaube nicht, davor hast du noch nie gegen Barcelona gespielt gehabt, wahrscheinlich, oder gegen ihn. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, wir haben 2006 damals mit Funkel im UEFA Cup, das hieß ja auch noch UEFA Cup, das hieß ja gar nicht Euroleague. Haben wir gespielt, auswärts gegen Celta Vigo. Und das war ja auch spanischer Fußball, viel Ballbesitz, kurze Pässe und sowas. Und dann haben die uns damals in der ersten Halbzeit aber sowas von laufen lassen. Also wir kamen uns echt vor wie Hunde, die so einem Stock hinterherjagen, aber nicht drankommen. Wir sind nur gelaufen, und das macht ja auch müde im Kopf, dann immer anzulaufen und nie den Ball zu haben. Und er hat es ja in Perfektion gemacht. Bei Barcelona schon, dann bei Bayern auch. Und das ist halt als Mannschaft, ist das schon ermüdend. Also immer wieder anzulaufen und immer wieder auf die andere Seite und wieder dahin. Und wenn du so eine dominante Mannschaft hast, ist das echt hart für den Kopf und es macht dich auch müde. Also dieses ständige Laufen, den Ball hinterher, dann hast du den Ball mal, dann haben die ein super Pressing gehabt, dann hast du den Ball wieder verloren gehabt, dann gingen die ganze Scheiße schon wieder von vorne los. Also es war schon zu Barcelona-Zeit nochmal noch was ganz anderes mit den Spielern, die er hatte. Aber auch zu Bayern-Zeit war das schon mal eine ganz neue Welt dann auch, die er da reingebracht hat. Und wie gesagt, der Erfolg gibt ihm ja auch recht, egal wo er ist, das ist ja immer top. Wer war denn in deiner Karriere dein bester Mitspieler und wer war dein bester Gegenspieler? Ich habe ja mit so diesen Top-Topspielern, so diesen einzelnen Top-Spielern, den du in der Mannschaft hast, hatten wir ja nie. Wir waren immer so dieses Kollektiv, klar ist mal einer oder andere so ein bisschen rausgestochen. Den besten Spieler, mit dem ich jemals trainiert habe, war Diego zu meiner Wolfsburg-Zeit. Das war so in der Vorbereitung, er wurde eigentlich von Magath abgesägt, er durfte nur noch mittrainieren, spielen durfte er auch nicht. Weil er war ja damals dieser Vorfall in Hoffenheim, wo er nicht gespielt hat, ab nach Hause. Und dann hat Magath ihn ja rasiert, aber was das angeht, war er der Beste, den ich jemals erlebt habe. Gegenspieler war für mich persönlich Mohamed Zidane damals, der bei Mainz... Was? Das hätte ich nicht gedacht, dass du den jetzt erwähnst. Doch, weil das war für mich als großen Spieler, war so ein kleiner, flinker Spieler das Schlimmste, was es für mich persönlich gab. Ich habe jedes Mal, wenn ich gegen den Verein, wo er war, Mainz, Hamburg war er auch, Dortmund auch, wo ich gegen ihn gespielt habe, habe ich immer gehofft, dass er nicht spielt, dass er verletzt ist oder sonst was. Aber ich habe es gehasst, gegen ihn zu spielen. Der hat mich so oft eingedreht, dann hat er so einen schnellen Antritt gehabt und war klein und wendig. Ich habe lieber gegen Jan Koller und sowas gespielt oder gegen Bancé damals. Das waren auch so Fischer, wo du dich halt aufreiben kannst gegen so kleine, wendige. Aber du hast ja auch gegen Spieler wie Ribéry und Robben und so gespielt. Ja, aber die kommen mal im Spiel über deine Seite, wenn sie nach innen dribbeln. Ich war ja Innenverteidiger. Da ging es so, so Stürmer waren immer große, schwere Stürmer. War es einfacher als Mohamed Zidane oder Kakao auch von Stuttgart damals. So kleine Spieler, ich habe es gehasst. Das ist verrückt. Ich glaube, die Fans werden da draußen. Also an der Stelle schreibt mir rein, wenn ich auch Mohamed Zidane noch erinnern kann, war ein überragender Spieler. Ich hätte nicht, also bei aller Liebe, ich weiß, du hast gegen viele gespielt, dass du den erwähnst. Ja, Roy Makai war noch ein gefährlicher Gegenspieler, weil der natürlich, du dachtest so, ey, du hast den 90 Minuten mal komplett im Griff. Der läuft kaum, aber dann hat der einen Kontakt, schießt das Tor und dann siehst du wieder dumm aus. Aber natürlich so Pizarro, Hugo Almeida auch zu der Zeit. Das waren schon Stürmer, die top waren zu ihrer Zeit, wo du dann auch schon deine Probleme hattest, gar keine Frage. Aber wie gesagt, für mich persönlich war, mein Kryptonit war Mohamed Zidane. Ich habe es gehasst, ehrlich. Du hast dann bei Frankfurt wieder gespielt und auch gute Zeit gehabt, immer mal wieder gespielt. Und dann haben wir 2016 die Saison, die dann wieder nicht so gut lief, Relegation. Und was ist dann wieder für eine Saison, du erlebst ja das Gleiche, was du 2011 erlebt hast, nochmal. Mit welchen Gedanken geht man da rein? Wie viel Erfahrung hat man dann, um es vielleicht doch abzuwenden, um zu sagen, okay, 2011 habe ich es ja erlebt, lass uns mal das besser machen, damit wir es nicht erleben. Ja, das war ein bisschen anders, weil 2011 wir es so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben. Also ging Ende hin nicht mehr, klar, weil wir dann gemerkt haben, okay, es geht immer weiter runter. Aber da haben wir ja noch eine Top-Hinrunde. Aber damals war das so, war das die ganze Saison schon nicht so cool und wir sind immer weiter nach unten. Und da konntest du dich schon frühzeitig damit beschäftigen, oh, dieses Jahr kann es knapp werden. Und dann waren wir ja wirklich, bevor dann Nico kam, waren wir ja so gut wie tot. Also wir waren, jeder hat uns schon abgeschrieben, wir waren mit Absteiger Nummer eins und keiner hat mehr an uns geglaubt. Und das war der Gegensatz zu dem 2011, wo eigentlich jeder damit gerechnet hat, das schaffen wir schon, das schaffen wir schon. Und da waren wir schon abgeschrieben und dann ist ja damals dieser Slogan Aufjetzt, dieses Hashtag Aufjetzt von Eintracht Frankfurt da so ein bisschen entstanden. Und dann haben wir wirklich von Spiel zu Spiel, ey, das Spiel gewonnen, okay, aufjetzt, weiter geht's. Das Spiel gewonnen, das Spiel gewonnen. Und da ist dann in so einer negativen Zeit so eine positive Stimmung entstanden, dass wir dann sagen, ey, wir zeigen es jetzt eher. Keiner setzt mehr einen Cent auf uns. Wir können jetzt nur noch gewinnen, was eigentlich auch so dumm ist. Du kannst alles verlieren. Aber ich glaube, der Gedanke ist genau der richtige. Ja, aber im Endeffekt bringt dir dann, wenn du einmal verlierst, bist du runter und dann bist du in der zweiten Liga, weißt du? Zum Ende der Saison gab es dann für dich eine unschöne Diagnose, eine unschöne Zeit. Du wurdest auf Doping positiv getestet nach einer Kontrolle und dann kam aber was anderes raus. Erzähl du mal, bevor ich... Du, es fing an, Dopingkontrollen gibt es ja schon seit Ewigkeiten und ich wurde davor schon immer mal wieder getestet. Also es war für mich nichts Neues. Und dann kommt nach dem Training, kommt Niko Kovac zu mir, unser Trainer, und sagt so, ey, wir müssen gehen mal kurz hoch zu Heribert ins Büro, weil irgendwie die Nada hätte sich bei uns gemeldet, du legst ein positiver Dopingbefund vor. Und im ersten Moment denkst du so, hä? Also A, klar, ich hatte Kinder. Man weiß ja nie, wenn du irgendwie einen Medikamentenlöffel ableckst oder so, ist da irgendwie was drin. Aber dann denk ich mir auch so, wenn du nur was ableckst von einem Löffel, da ist ja nicht so viel drin, was dann halt auffällt. Und dann schon auf dem Weg dort ins Büro Gedanken gemacht. Hä? Ich wüsste, ich hätte zu der Zeit auch persönlich nicht gewusst, wo kriege ich Doping her? Also wen kontaktiere ich, damit ich mein Zeug bekomme, um mich zu dopen? Und da haben wir schon Gedanken drüber gemacht. Und dann Mannschaftsart mit dazu, Niko Kovac dazu, Heribert Puchang dazu, Bruno Hübner damals mit dabei und alle zusammengesessen und überlegt und getan. Und dann nochmal bei der Nada angerufen, welcher Wert es denn sei, der da so erhöht ist. Und das war dieser Beta-HCG-Wert, nennt sich das. Das ist eigentlich bei Frauen ein Indiz. Wenn der zu hoch ist bei Frauen, dann sind sie schwerer. Und bei Männern, im Nachhinein ist es dann so, wenn die Krebszellen sich zu schnell vermehren, ist dieser Wert dann halt hoch. Und dann hat unser Mannschaftsarzt damals gesagt, es kann auch sein, dass es körpereigenproduziert wird. Dadurch, dass sich halt, wenn bei Krebsfällen sich die Zellen zu schnell teilen, dann ist dieser Wert zu hoch, bla, bla, bla. Lass das mal beim Urologen abchecken. Dann bin ich von da zum Urologen gefahren in eine Viertelstunde, macht da sein Ultraschallgel hin, hält mir das an den Hoden und hat sofort gesagt, okay, das ist Krebs. Und dann halt die Sachen, natürlich noch Blut und sowas, ab ins Labor nach Wiesbaden. Die haben das im Eilverfahren dann ausgetüftelt und haben das checken lassen. Und so kam das zustande, dass sie dann gesagt haben, okay, es ist kein Doping, sondern es ist Krebs. So schnell im Schnelllöffel. Wollte ich gerade sagen, ich muss sagen, ich situatier's jetzt relativ locker. Ja. Gehst du so locker damit um? Das haben viele, viele Konten. Ich war schon immer so. Aber es ist ja nicht mal irgendwas. Ja. Auf der einen Seite. Oder es ging dir auch nicht so gut während der Zeit wahrscheinlich. Ja. Ein paar Bilder auch gesehen. Ja, 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 da komme ich gleich zu. Ich bin so einer mit so, wahrscheinlich auch mit der Zeit in Wolfsburg so, mit so Rückschlägen, mit so negativen Sachen, bin ich schon immer ziemlich locker umgegangen. Also klar, fuchst das ein und auch mit der Diagnose. Natürlich hat mir das erst mal den Boden unter den Füßen weggerissen. Das ist gar keine Frage. Weil du als Profispieler, als Profifußballer, als Profisportler, denkst du, du bist so ein bisschen unverbundbar. Natürlich hast du da mal einen Faserriss oder hast da mal eine schwere Knieverletzung. Aber du ernährst dich grundsätzlich gesund. Du treibst jeden Tag Sport. Also dein Körper ist ja extrem Belastung ausgeliefert. Jeden Tag. Und dann kommt so eine bescheuerte Krankheit und reißt dir so alles weg unter den Füßen. Aber ich war schon immer so einer, der dann auch nach Niederlagen ziemlich schnell gesagt hat, scheiß drauf, nächstes Spiel kommt. Und so war das dann auch nach der Diagnose. Also ich habe mich dann sofort mit dem Arzt, der mich dann damals operiert hat und auch die Chemo vollzogen hat, mit dem habe ich mich ziemlich schnell zusammengesetzt. Und er hat dann auch gesagt, ey, schlimme Krankheit, aber frühes Stadium. Die Chancen sind zu, keine Ahnung wie viel Prozent hoch, dass alles wieder gesund wird. Du hast die Diagnose bekommen und du hast im Menschen mit der Relegation noch gespielt. Wie bitte, ich brauche eine Erklärung, wie man so eine Diagnose bekommt und dann an den Fußball denkt. Natürlich deine Mannschaft, alles drum und dran. Du willst da sein. Du hast zu dem Zeitpunkt auch Kapitän, aber bei aller Liebe. Also schon voll in dem Tunnel. Du weißt ja, um was es alles geht. Also du weißt, es geht ja nicht nur um mich persönlich. Also jetzt rein sportlich betrachtet. Es geht nicht um mich persönlich, es geht nicht nur um die Mannschaft, sondern um den ganzen Verein. Darum ging es. Ich wusste schon, inwieweit das behandelbar ist. Also Trainer, alle haben mir ja freigestellt, ey, wenn du nicht spielen willst, überhaupt kein Ding. Hat der Arzt gesagt, du kannst spielen? Weil ich stelle mir mal sowas vor, wenn sowas sehr lustiziert wird. Ja, ja, alle haben gesagt, es war schon so, ich hätte auch noch das Rückspiel machen können, wenn ich nicht gesperrt worden wäre mit der gelben Karte. Aber dann hätte das zeitnah eh vonstatten gehen müssen. Also es war noch in dem Stadion, wo du sagen kannst, ey, es muss jetzt nicht sofort was passieren, sondern wir haben noch diesen Puffer. Wenn du das machen willst, mach das. Und danach wird sofort Chemo und Entfernen und alles umrum gemacht. Ja, aber allein der Kopf. Ich stelle mir vor, mir wird Krebs jetzt noch zitiert und ich denke daran, ich verstehe auch, was du meinst mit der Mannschaft, Verein und so, aber ich glaube, ich stehe da 90 Minuten auf dem Spiel. Aber ich glaube, ich habe das auch genutzt dafür, um das im ersten Moment so ein bisschen wegzuschieben von mir. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass dir einer sagt, du hast einen Kreuzband tritt, du fällst jetzt sechs Monate aus, sondern es ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Von daher war das vielleicht auch so ein bisschen verdrängen jetzt erst mal und mich jetzt nicht sofort damit zu beschäftigen, weil ja alle anderen drum um mich rum ja auch geschockt waren. Weißt du, da alle wussten erst nicht, was sie sagen sollen und so. Und dann noch ich. Von daher war das für mich vielleicht auch so in dem ersten Moment so ein bisschen verdrängen von dem Ganzen. Ich kann mich fokussieren. Also ich habe gemerkt, ich kann mich noch fokussieren. Es war nicht so, dass ich da schon den ganzen Kopf nur mit Chemo hier und Krebs da und sowas, sondern ich konnte das noch ausblenden. Von daher war das für mich dann auch so, ey, ich spiele das noch. Und ich hätte auch das Rückspiel, wie gesagt, noch gespielt, wenn die Sperre da nicht dazwischen gegangen wäre. Das ist verrückt, also das muss man, die Zuschauer können es gerne reinschreiben, wie ihr da handeln würdet. Aber ich finde es gut, die Art und Weise, wie du damit umgegangen bist. Ihr habt die Relegation geschafft und das Allerwichtigste, du bist gesund geworden und standst nach einem Jahr ungefähr wieder auf dem Spielfeld gegen Bielefeld. Was ist das für ein Gefühl, zu wissen, du hast diese schwerwiegende Krankheit besiegt und kannst dann halt auch das wieder machen, was du liebst, was du gerne machst? Weil ich sage immer, ein Jahr raus sein ist ja generell schon viel, wenn du nicht krank bist. Also wenn du ein Jahr raus willst als Fußballer, hast du vielleicht noch ein zweites, dann ist es over. Und du warst krank und bist nach einem Jahr zurückgekommen. Wie bist du dann auch die Sache rangegangen mit dem Training, mit alles drum und dran, mit deinem Körper? Das ist ja auch, wahrscheinlich fühlt sich der Körper auch ganz anders an, nach so einer Chemo. Voll. Also wie gesagt, ich habe, was meine Leistung angeht, also was diese ganze Physis angeht, bei null angefangen. So, das muss man schon sagen. Darum hat es auch so lange gedauert. Eigentlich hätte es noch länger dauern sollen. Eigentlich war da das Spiel gegen Bielefeld ja gar nicht geplant. Ich habe mir zusammen mit meinem Athletiktrainer damals so Etappenziele gesetzt. Ey, die ersten drei, vier Wochen machen wir so und so. Da will ich auf dem Level sein. Dann will ich das und das können. Und mein, so das vorletzte Ziel war so, ich will mit ins Trainingslager fliegen. Im Januar nach Abu Dhabi, da war das Trainingslager damals. Und das war so mein Ziel. Dort mitzufliegen und dann so separates Training. Also inklusive Mannschaftstraining. Um mich wieder ein bisschen so ranzuführen. Das war so mein erstes großes Ziel, das ich hatte. Du hast im nächsten Jahr wieder im DFB-Pokalfinale gestanden. Ja. Gegen Dortmund. Ja. Leider verloren. Ja. Das zweite Mal dann. Wie bitter ist das? Es war bitter, weil wir natürlich auch ebenbürtig waren. Es haben auch wieder nur Kleinigkeiten, den Unterschied gemacht. Da ist es dann halt auch so, es ist jetzt zum zweiten Mal im Pokalfinale. Ich war dann auch schon in einem gewissen Alter und auch Frankfurt ist nicht dafür bekannt, dass man jedes Jahr um irgendeinen Titel mitspielt. Von daher war das dann, okay, das zweite Mal die Chance, irgendwas zu gewinnen. Und wieder nicht geschafft. Und das ist natürlich enorm bitter. Danny hat mir im Finale so eine Szene beschrieben, wie er gesagt hat, dass ihr in der Analyse Dembélé analysiert habt. Und der immer zum Außenverteidiger gesagt hat, wenn er hakt, nicht Gretchen, sonst hakt er da nicht vorbei. Und dann macht er die erste Szene. Stimmt das, ja? Ja, ja. Genau so ist es. Ich habe es nicht von Danny, sondern irgendjemand anders hat das letzte Mal erzählt. Ich sehe genau so was. Also es war genauso wie das dann ein Jahr später, ich renne jetzt mal schnell vor, das Jahr später, als wir gegen Bayern gewonnen haben. Genau die Sachen, die wir umgesetzt haben, um das Spiel zu gewinnen, so war es ein Jahr vorher genau das, was gesagt wurde. Geh nicht runter auf den Boden, sondern der macht hundertprozentig den Haken, weil er mit beiden, beiden einfach super schießen kann. Und genau so kam es. Ihr habt das Finale verloren und jetzt ist Jan, du schließt das dritte Mal nächstes Jahr im Finale. Das ist jetzt gerade schon angesprochen. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand dreimal im DFB-Pokalfinale stand, außer erst jetzt bei Bayern oder was auch immer. Das ist ein bisschen was anderes. Und ihr habt gewonnen. Ihr habt einen Titel geholt, der für Frankfurt ein Titel nach langer Zeit wieder war. Du bist dann in einem gewissen Alter, wie du auch schon gesagt hast. Frankfurt spielt nicht immer um Titel. Was ist es für dich auch für ein Gefühl, diesen Titel zu holen, DFB-Pokal? Wie gesagt, das war sportlich das Beste, was in meiner Karriere, was ich erreichen konnte. Es war vom Gefühl her das Beste in meiner Karriere. Klar, also wie gesagt, jeder Fußballer spielt, um zu gewinnen und um einen Titel zu holen. Jetzt ist es so, dass ich 99 Prozent meiner Karriere in Frankfurt verbracht habe und Frankfurt nicht dafür berüchtigt war, um jedes Jahr um einen Titel zu spielen. Dass es nicht selbstverständlich für uns war. Es war schon krass, dass wir zwei Jahre in Folge im Finale waren. Und dazu kommt, dass wir natürlich in dem Jahr gegen Bayern im Finale standen, die unter Jupp Heynckes alles radiert haben. Also die haben alles kurz und klein geschossen. Wie damals, als wir uns gerade noch so in die Relegation gerettet haben, hat keiner einen Cent auf uns gesetzt. Also ich glaube, es gab keinen in Deutschland, außer die absolut verrückten Frankfurt-Fans, die irgendwie Kohle auf uns gesetzt hätten. Von daher war das nochmal, das war außergewöhnlich. Das war so ein verrücktes Spiel. Das war krank. Also was da, ich kann mich immer nur an diese Szene erinnern, wie ich schlage den Ball lang und dann kommt der Ball lang und dann rennt er da durch. Das war halt genau das, was uns das Jahr vorher wahrscheinlich oder auch hätte den Titel gekostet. Und das war halt genau das, dass wir das umgesetzt haben, wo wir die Schwächen von Bayern gesehen haben, die die Analysten uns mitgegeben haben, dass die stehen so hoch, weil sie natürlich alles in unserer Hälfte machen, dass wenn wir den Ball haben, wir wissen, Ante ist da vorne einer der schnellsten Spieler damals in der Liga. Ich schieße ihn einfach nach vorne und dann drücken wir die Daumen. Genau so ist es zweimal passiert beim ersten Tor schon, wo er, ich glaube, Rames damals den Ball abnimmt und Prinz ihm den Ball in die Tiefe spielt und Danny dann halt mit dem einfach auf gut Glück nach vorne prügeln und nimmt dann halt, ich glaube, Süle und Hummels damals auf fünf Metern, zehn Meter ab und schießt das Ding rein. Das war, ja, da ist der Plan dann aufgegangen, weil wir uns daran gehalten haben. Was würdest du sagen, was hat euch als Truppe damals ausgemacht? Weil ich sage mal, den DFB-Pokal gewinnst du nicht einfach so. Also Komponente aus Team und dann halt auch aus individueller Klasse, muss man sagen. Also mit Ante, Prinz war natürlich auch schon in einem gewissen Alter, aber natürlich durch seine Erfahrung, durch seine Ruhe. Wir hatten ziemlich viele erfahrene Spieler auch, die schon einiges auch erlebt hatten und wir hatten die individuelle Klasse. Ich glaube, das gepaart mit dem, das wir unbedingt wollten, war, glaube ich, der Schlüssel in dem Spiel. Also wie gesagt, wenn wir von zehn spielen, verlierst du neunmal gegen Bayern. Auch mit den ganzen Einzelspielern, die wir hatten, ist es trotzdem so, dass du eigentlich 90 Prozent der Spiele verlierst. Aber an dem Tag war es halt genau das Spiel, was auch dank des Schiedsrichters, so ehrlich muss man ja natürlich auch sein, der damals die Szene anders bewertet hat. Da hätte es auch in die andere Richtung gehen können. Ja, und wie gesagt, wenn wir da den Elfmeter bekommen, wenn Bayern da das Tor macht und wir in die Verlängerung gehen, dann wäre es das gewesen, 100 Prozent. Du hast jetzt erwähnt, dass man halt auch oft mal gegen Bayern verliert. Was glaubst du? Warum ist das so? Was macht Bayern so viel richtig? Warum ist Bayern so stark? Warum schlägt man sie so schwer? Was ist so besonders an dieser Mannschaft, immer, jedes Jahr? Erstmal die individuelle Klasse. Natürlich auch aus Europa mit die besten Spieler oder aus Deutschland mit die besten Spieler. Sie schaffen es halt oder jeder einzelne Spieler in dem Team schafft es sich, jedes Spiel zu 100 Prozent zu fokussieren. Egal, ob die unter der Woche in Madrid spielen, Champions League, oder dann das Wochenende drauf in Augsburg bei Null Grad und was weiß ich, Mistletter. Die schaffen das einfach, wo andere ihre Probleme haben. Wenn sie es mal nicht so schaffen, hast du halt immer noch die Spieler, die das individuell regeln. Dann hast du dann Robben-Ribery, die dann halt mit einer Aktion ein Spiel entscheiden, wenn sie es mal nicht so hinbekommen. Darum ist Ronaldo und Messi so. Weil sie es jedes Spiel schaffen, über 20 Jahre, sich so zu motivieren. Ronaldo will immer Tore schießen. Da stelle ich dir jetzt die Frage. Er wollte immer Tore schießen, egal ob Bad Bubbelbach oder Barcelona. Er wollte immer die Tore schießen und war wahrscheinlich auch immer sauer, wenn er es nicht geschafft hat. Aber darum ist er da hingekommen, wo er hingekommen ist. Weil er das einfach jedes Spiel, wahrscheinlich auch in jedem Training, einfach wollte und das auch geschafft hat. Und deswegen spielen diese Spieler einfach bei den Top-Mannschaften in Europa. Und andere Spieler schaffen das halt nicht immer, nicht nur qualitativ, sondern auch vom Kopf her, sich dann immer so zu motivieren und so zu fokussieren, dass sie das von Spieltag zu Spieltag abrufen. Dann stelle ich dir jetzt die Frage. Ronaldo oder Messi? Eine Antwort. Eine Antwort, dann Messi. Nein! Doch. Du hast mich gefragt. Ich sage Messi. Okay, schade. Ich dachte, wir machen jetzt hier den hier, aber dann lassen wir den wohl weg. Okay, natürlich. Wir brauchen nicht reden. Also beides Weltklasse-Fußball. Und ich finde auch, weißt du, was ich finde? Ich finde, dass die Debatte zwischen den beiden eigentlich, die wird ja von den Fans mehr oder weniger hochgepusht, eigentlich voll respektlos. Dass man es immer anfängt, die beiden miteinander zu vergleichen. Aber es war doch schon immer so. Ja, 100 Prozent. Basketball, Formel 1. Ja, aber bei aller Liebe, in welchem Sport haben wir so eine krasse Rivalität über so viele Jahre gehabt? Ja, ja. Also, ich kenne mich nicht in so vielen Sportarten aus, aber ich wüsste es, wenn es irgendeine große Rivalität gibt. Und ich finde einfach, man soll diesen zwei Spielen einfach den Respekt zollen. Voll. Wie gesagt, das ist ja auch immer nur dieses, wie du schon sagst, dieses Fan-Ding, dass man sagt, hey, Ronaldo oder Messi. Aber ich fand Messi nochmal aufgrund dessen, dass er körperlich nochmal ein Defizit hatte. Irgendwie gesagt zu Cristiano. Und Cristiano war ja, also nochmal, das ist ja outstanding, was auch er geleistet hat. Aber er war so dieser noch mehr Vollstrecker und sowas. Messi hat ja auch noch vorbereitet und hat das Spiel gemacht. Und deswegen sage ich persönlich, fand ich Messi, auch zu der Prime, mit wem er da alles zusammengespielt hat, diese Mannschaft damals war ja geistig. Das ging beide nicht gespielt, ne? Gott sei Dank. Ich glaube, Messi hätte dir Probleme gemacht, oder? Jeden. Also Ronaldo hätte dir wahrscheinlich auch Probleme gemacht, aber vielleicht ein bisschen weniger. Messi hat jeden, hätte, hat und wird wahrscheinlich aktuell auch noch einfach jedem Spieler Probleme machen. Es gibt, glaube ich, keinen Spieler, der Messi vielleicht mal mit einem Foul oder sowas, aber das sind einfach so Spieler, geht nicht. Glaubst du, der würde in der Bundesliga, was glaubst du? Die Frage kann ich dir nicht stellen. Ich würde fragen, ob der, du glaubst, dass er bei Frankfurt spielen kann, aber aktuell? Ja. Ja, ich glaube, wenn Messi noch einigermaßen fit ist, kann der überall spielen. Glaubst du, der ist noch fit? Ich sage, der macht Urlaub gerade. Ach so, das kann ich nicht beurteilen. Ich sage, der macht da Urlaub. Wenn er sich zu 100% motivieren kann, wenn er zu 100% fit ist, auch in dem Alter jetzt noch 100%, überall. Das ist krass, aber schon der Ronaldo krasse, der ist 40 Jahre alt. Nochmal, das ist ja, aber das ist halt auch, der lebt mehr als, also es geht ja nicht mehr als 24 Stunden, aber der ist einfach, das ist, er hat nur Fußball. Ja, also ich finde die Debatte ist einfach, die kann man sowieso nicht entscheiden. Der eine wird immer sagen Messi, der andere wird sagen Ronaldo, aber wir haben jetzt deine Meinung gehört. Natürlich schreibt auch gerne eure Meinung da rein. Wir machen gerne Diskussionen auf. Dann lass uns mal zu den nächsten Jahren ein bisschen springen. Du hast danach nicht mehr allzu viel gespielt. Es wurde immer weniger mit der Zeit. Glaubst du, es hat einfach nicht mehr gereicht? Oder lag es auch am Trainer? Nö, am Trainer lag es nicht. Also ich habe dann schon gemerkt, ey, die Spieler werden schneller, athletischer, es geht alles schneller. Es wird früher, früher hast du als Innenverteidiger hinten ein bisschen gestanden und du konntest es mal mit Auge und sowas. Das geht ja heute nicht mehr. Heute stehst du als Innenverteidiger auch an der Mittellinie und musst deine 35 kmh rennen, um hinten dann die Stürmer nochmal abzulaufen. Und da habe ich dann schon gemerkt, oh, es wird immer schwerer. Und die Spieler, die Qualität wird immer besser, die Ansprüche werden immer höher. Und dann habe ich dann schon gemerkt und konnte mich dann auch schon damit abfinden, ey, du sitzt jetzt das eine oder andere mal mehr auf der Bank und bist aber trotzdem dann da und der Trainer weiß, was er von dir bekommt. Und das war dann so meine Aufgabe. Es gab dann eine Zeit, da war, ich glaube, David Abraham, der dann meinen Part so mehr übernommen hatte, der dann auch mal verletzt war, dann auch mal gesperrt war. Aber dann habe ich gespielt und ich glaube, da hatte ich eine super Quote. Ich glaube, vier Spiele, vier Siege oder sowas. Und da war David wieder fit und dann hat David wieder gespielt, weil David einfach dann auch der beste Innenverteidiger war. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu vielen anderen Spielern, dass ich das ganz gut einschätzen konnte. Ich war trotzdem ehrgeizig. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ah, finde ich cool. Ich spiele immer nur dann, wenn ich gebraucht werde. Aber das richtig einzuschätzen. Und auch zu akzeptieren. Und zu akzeptieren auch, dass du siehst, okay, es gibt jetzt einfach auch Verteidiger, die besser sind. Und wenn die ihre Leistung bringen, dann spielen die. Ich aber dann trotzdem auf eine andere Art und Weise wichtig fürs Team war. So wie es jetzt Timmy Chandler ist bei uns. Der auch weiß, dass er vielleicht nicht mehr die große Rolle spielt, aber der für dieses Kabinenleben und für alles andere zuständig ist. Die Erfahrung einfach auch. So Spieler brauchst du auch. Makoto, Hasebe dann die letzten zwei Jahre auch. Auch die Rolle habe ich dann akzeptiert und habe sie übernommen. Und so bin ich dann die letzten zwei Jahre dann eher so auf der Schiene mitgeschwommen. Ja, aber ich finde, es gehört auch dazu. Also ich finde, es ist immer, jeden, den ich gefragt habe, wie die perfekte Mannschaft ist, die Titel geholt hat, ist immer dieser Mix zwischen Jungspielern und diesen extrem erfahrenen auch. Und ich glaube dann halt auch, dass dementsprechend auch immer mit der Zeit wurde ja Frankfurt auch immer besser. Also wir reden jetzt von 2016, von Relegation zu den letzten acht Jahren. Also das ist ja ein Sprung. Wir reden jetzt von aktuell zweiter Platz, gestern Sieg zu Europa-League-Sieg, zu DFB-Pokal-Sieg. Voll, das kannst du überhaupt nicht mehr vergleichen. Auch was die Qualität der Einzelspieler angeht. Also wie gesagt, wir hatten zu Rebic, Jovic Zeit schon eine Top-Qualität, Kostic dann auch. Aber was aktuell an Qualität da ist, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Was hat denn Frankfurt in den letzten Jahren so viel richtig gemacht, dass ihr heute da steht, wo ihr steht? Irgendwas muss ja richtig gemacht werden. Klug investiert, also schon auch Risiko gegangen, aber halt nicht, wie wir es jetzt vorhin hatten von Schalke, die dann abgedreht sind und enorme Summen ausgegeben haben und enorme Summen investiert haben, sondern wahrscheinlich auch das glückliche Händchen habt bei dem einen oder anderen Transfer. Und dann halt gepaart mit dieser ganzen Welle, die du seit 2016 hast. Du bist dann nicht abgestiegen, dann hast du dich für Europa qualifiziert und dann warst du im Finale, dann warst du wieder im Finale und wieder für Europa qualifiziert. Aber genau da fängt ja eigentlich der Strudel an, wenn man so diese leichten Erfolge hat und dann dumm investiert, wie zum Beispiel Union. Das ist das, ja. Es hätte ja auch bei euch theoretisch in die falsche Richtung gehen können. Geht ja ganz schnell auch, ne? Ja, ja. Von daher, da gehört natürlich auch immer ein glückliches Händchen dazu, keine Frage. Ich sage mal, da sitzt oben wahrscheinlich jemand, der nicht so schlechte Arbeit macht. Nein, absolut. Also es hat Bruno Hübner mit seinem Team damals schon dann nach Relegation geschafft und das macht Markus mit seinem Team jetzt genauso. Also wie gesagt, der Erfolg gibt ihm recht. 100 Prozent. Du hast dann 2020 deine Karriere beendet. Während Corona. Wegen Corona? Während Corona. Achso, während Corona, ja. Ich glaube, das ist auch so ein ungeiler Abschied. Ja, voll. Hast du eine Verabschiedung gehabt dann? Ne, das war das Einzige, was so ein bisschen traurig war im Nachhinein, dass das halt vor leeren Rängen war. Das war so ein bisschen uncool, ein bisschen schade. Ich denke, dass ich mich verabschiedet hätte, wenn ich jetzt komplett was anderes gemacht hätte. So war ich ja noch. Klar, aber ich sage jetzt so, ein Abschied ist immer schon geil, wenn man so als Profi aufhört. Ja, ja, voll. Also klar, das war das Einzige traurige an der ganzen Sache, dass das halt wirklich während Corona war und dass das Stadion halt wie ein Friedhof war. Das war halt bescheuert. Ja, wie schwierig ist so ein Abschied vom Fußball für dich? Wenn du weißt, das ist eigentlich das, was du dein Leben lang gemacht hast. Natürlich bist du jetzt immer noch ein Teil davon, aber es ist ja ein ganz anderer Teil. Ja. Wie schwierig ist dieser Abschied, den zu nehmen? Der Abschied des Kabinenlebens war für mich persönlich schwerer wie der sportliche. Wenn du 18 Jahre Profi bist und 18 Jahre mehr als ein halber Tag aus Kabine besteht, dann ist das schon schwerer, damit umzugehen wie das Sportliche. Okay. Ich muss sagen, jetzt zum Verlauf des Gesprächs, für mich bist du ein sehr reflektierter Typ. Du bist ein Typ, der auch viele Sachen akzeptiert und warum ich das schließe, ist, weil du dein Ende deiner Karriere so beschrieben hast, dass du auch akzeptiert hast. Es gibt viele da draußen, die nicht akzeptieren wollen, dass es nicht mehr reicht, sondern dann immer so dieses Karriereende darauf geschoben haben, ja, der Trainer war schuld und weißt du, worauf ich hinausfühle? Bei dir, du wusstest einfach, welche Rolle du hast, du wusstest, hey, es reicht einfach irgendwann nicht mehr. Du hast ein gewisses Alter, dein Körper macht einfach nicht mehr mit und ich glaube, das werden die Zuschauer da draußen auch bestätigen können, dass das, finde ich, eine sehr schöne Eigenschaft ist. Und ich denke auch, dass sich einige Profifußballer daran ein Beispiel nehmen könnten, dass wenn es nicht mehr reicht, dann reicht es dann halt auch einfach nicht mehr. Lass uns mal jetzt zu dem kommen, was du heute machst. Du hast deine Karriere beendet und du bist danach direkt Eintracht Frankfurt erhalten geblieben, falls man das so sagt. Du bist Spielanalyst. Genau. Wie kam es dazu, dass du genau das machst und nicht vielleicht den Trainerweg auch gegangen bist oder vielleicht auch gar nichts gemacht hast? Ja, Analyst deswegen, weil es dann in der Zeit, als ich dann auch schon Reha gemacht habe, dann auch mit Freddy Bobic damals ein bisschen ausgetauscht habe, ey, wie sieht es denn aus, wenn es dann mal zu Ende geht, was kannst du dir irgendwas vorstellen? Die wollten schon, dass ich da eingebunden werde. Es war zu dem Zeitpunkt halt noch nicht klar, was. Und wir uns dann so ein bisschen ausgetauscht haben und er mich gefragt hat, was interessiert dich denn, in welchen Bereich willst du vielleicht mal reinschnuppern und so. Und das war so das Einzige, wo ich als aktiver Fußballer auch schon immer so ein bisschen Interesse habe, so diese Analyse, so wie bringen die ihre Infos zusammen, welchen Blick muss man dazu haben. Und das war so das Einzige, was mich so wirklich interessiert hat. Und dann kam es dazu, dass ich, als ich aufgehört habe, dann im Posten noch frei war und Frankfurt dann gesagt hat, okay, weißt du was, dann mach doch das erste Jahr einfach mal so ein Rookie-Jahr. Und dann haben mich die zwei Analysten, die damals für Frankfurt gearbeitet haben, haben mich da ein bisschen in den Arm gepackt, haben mich so eingeführt in das Ganze. Und klar, du bist innerhalb der Mannschaft, aber du führst halt ein ganz anderes Leben. Du bist als Profi, stehst du um halb acht auf, bist elf Uhr im Training, bist um 14 Uhr zu Hause. Und jetzt bist du halt um acht Uhr im Büro, um arbeitest bis 17, 18 Uhr. Das ist schon was anderes, auch vom Aufwand her, ein anderer Aufwand. Ich will nicht sagen, dass der Aufwand als Profifußballer weniger ist, aber ein anderer, anders aufgeteilt. In naher Zukunft bin ich mit dem Job und mit den Aufgaben, die ich aktuell mache, zufrieden. Und dann werden wir sehen, wie es weiterläuft. Na, das ist doch gut. Dann lass uns mal zu deinem neuen Leben jetzt kommen, was du dann, oder dein zweites Berufsleben, was du dann auch hast. Du hast ein paar verrückte Erlebnisse auch oder Ereignisse erlebt mit Eintracht Frankfurt dann auch. Den Gewinn der Europa League. Wahrscheinlich der größte Titel für Eintracht Frankfurt. Ja, ja, klar. Mit Abstand. Lass uns erstmal über Einspiel reden und dann über das Finale. Ich weiß, welches kommt. Barcelona. Beschreiben Worte, wie auch immer, alles, was ist davor gegangen. Warst du da dabei? Ja, ich war in Barcelona mit dabei. Wir wussten davor schon, dass viele Fans nach Barcelona fliegen, auch ohne Tickets. Und dass die Fans sich versuchen, Tickets zu besorgen über verschiedene Kanäle. Dann hieß es, ja, Frankfurt-Fans können sich keine Tickets mehr besorgen mit deutschen Kreditkarten. Und dann haben wir natürlich auch die Infos bekommen. Wir haben es irgendwie anders geschafft. Und wir haben schon mit mehr gerechnet im Stadion selbst, wie die, ich glaube, 5 Prozent von 90.000, 4.500 oder 5.000 oder 8.000 oder irgendetwas, wären da gewesen. Und den Tag vorher schon in der Stadt war schon viel los, was Frankfurt-Fans anging. Aber dann kam ich dann auch ins Stadion und bin hoch auf meinen Platz gelaufen. Und dann denke ich mir schon, so viel weiß, schon übertrieben. Immer mehr weiß, immer mehr weiß. Und dann kam auf einmal unsere Mannschaft raus zum Warmmachen und es war so laut. Und dann sind die natürlich auch alle aufgestanden. Und dann hast du erstmal dann, ich weiß nicht, ob du schon mal im Camp Nou warst. Das ist ja, also das Stadion in sich ist ja riesig. Das ist brutal. Und dann guckst du dieses ganze Stadion und siehst auf einmal so viel weiße und dann dachtest du, okay, wow, schon so 10.000, 15.000 oder so. Beim ersten Tor ist es dann aufgefallen, als dann alle aufgesprungen sind, das ist unglaublich. Also es waren 35 am Ende. Ja, also was Auswärtsspiele angeht, war das, also sowas habe ich noch nie erlebt. Wie gesagt, ich war damals Bordeaux, als da die 12.000 alle in Orange in Bordeaux waren, UEFA Cup, war ich zwar gesperrt, aber habe das mitbekommen. Aber das war nochmal eine ganz andere Dimension. Das war, also das war krank. Wenn du die Frankfurt-Fans mit einem Wort beschreiben möchtest, was wäre es? Treu. Treu. Was ist ein gutes Wort? Treu. Natürlich, ich habe es auch noch anders kennengelernt, aber dieser Knackpunkt echt war 2016, Relegation. Ab dann war zwischen Fans und Mannschaft immer so eine Connection da. Die Fans haben auch ab dem Zeitpunkt so ein Gespür dafür bekommen, auch ja, du darfst pfeifen, aber so diese, ganz komisch zu beschreiben, so dieses Gespür, die Mannschaft zu unterstützen, auch wenn es schlimm aussieht, was Frankfurt da vielleicht auf dem Platz gerade vollzieht. Aber, also ich habe auch andere Zeiten erlebt, 2011, als wir dann echt über den Zaun sind und wirklich an der Werbebande standen und da geschimpft haben und kommt her und uns teilweise dann auch, also Schalke-ähnliche Sachen als wir da... Der Arena-Ring. Genau, also die, so Szenarien hatten wir auch, als sind da, weiß ich noch, da haben wir 2011 in Mainz gespielt, gar nicht so weit von unserem Stadion, eine halbe Stunde, dann stand es zur Halbzeit 3-0 für Mainz und dann kamen wir zur zweiten Halbzeit raus und war unser kompletter Block leer. War kein einziger Fan mehr im Block und dann war das Spiel zu Ende, wir haben verloren, sind mit dem Bus Richtung Stadion gefahren, da war schon ein Heli von der Polizei, ist über dem Stadion und dann haben die auf uns gelauert. Im Endeffekt weiß ich oder wussten wir alle, also die brüllen nicht an und die tun nicht so, aber Schalke, sowas wie Schalke, dass sie gejagt, also die hätten uns nie gejagt, die haben uns beschimpft vor dem Herrn, aber sowas wäre nie passiert. Das wussten wir, aber trotzdem ist das beängstigend. 100%. Wenn du wirklich, du fährst ins Stadion, komplette Polizei halten dir den Weg frei und die Polizisten schauen dann, dass im Stadion keiner reinkommt, das war schon beängstigend. Also die Zeit habe ich auch erlebt, jetzt nochmal zurückzukommen zu dem, diese Connection zwischen Fans und Spielern und Team ist über die Jahre echt gereift und ist so intensiv geworden, dass das natürlich auch nochmal ein absoluter Pluspunkt für uns ist. Ich finde es schön für so einen Verein wie Frankfurt, dass es so ist, weil ich würde mir wünschen, dass es bei jedem großen Verein ist, also eine starke Fanbase hat, dass einfach diese Connection da ist, weil diese Vereine sind auch wie Frankfurt, ich war gestern im Stadion, das ist das, was den Fußball in Deutschland ausmacht, unsere Fans. Aber da haben wir eigentlich noch nie Probleme gehabt. Also auch, wie gesagt, wir hatten uns ja vorhin unterhalten, wenn du Schalke, Zweite Liga, die haben einen Schnitt von 60.000, das gibt es ja auf der Welt nirgends. Nee, kannst du keinem erzählen, kannst du keinem erzählen. Ja, dass du in der Zweiten Liga in Frankreich, Spanien, England, da hast du doch nie so einen Fan aufgebaut. Aber warte, wir reden Zweite Liga, die gegen Abstieg spielen. So ist es. Das ist ja nochmal was anderes. Das ist das, also da Fan, kulturtechnisch haben wir, ist Bundesliga das Beste, was es gibt. Sage ich immer wieder. Ja, ist so. Natürlich hat man Vereins in den anderen Ländern, wie zum Beispiel Türkei, diese ein, zwei vereinzelten Vereine. Oder du hast Boca Juniors oder sowas, die Brasilianer oder Argentinien. Ja, genau, das ist das. Aber was Ligen angeht, du hast hier die schönsten Stadien, die sind fast alle oder sind fast alle modern. Du hast ja teilweise in Italien oder in Spanien hast du ja noch Bruchbuden. Klar kommen die jetzt auch so langsam alle nach, aber wir haben die schönsten Stadien. Es ist immer voll, gefühlt in jedem Spiel. Es ist ausverkauft. Außer du hast jetzt mal gewisse Duelle, wo es vielleicht mal nicht so toll... Habe ich gestern gesehen, ich spreche mir die Namen lieber nicht. Genau, nicht so toll. Aber ansonsten sind die Stadien immer voll. Du hast immer Top-Stimmung. Wir haben doch hier, was als Spieler ist, was das beste Leben hier zu spielen, was rein das Fan man gibt. Sag mal, als Alemannia Aachen jetzt aufgestiegen ist, da waren 30.000 im Stadion in der vierten Liga. Das ist das. Wem willst du das erklären? Keinem. Das kann keiner verstehen außerhalb. Okay, dann lass uns zu dem anderen wichtigen Ereignis oder dem wichtigsten Ereignis oder dem wichtigsten Titel kommen. Der Gewinn der Europa League. Was ist das für ein Gefühl, so einen Titel zu gewinnen, aber dann nicht als Spieler? Ich war noch nie so aufgeregt wie vor diesem Spiel. Nicht als Spieler in keinem Pokalfinale, in dem ich stand und selbst gespielt habe oder reingekommen bin oder sonst irgendwas. Das war von meinem Puls her das Schlimmste, was es gab. Ehrlich. West Ham zu Hause, das Halbfinale Rückspiel, hatte ich schon Puls brutal, weil wir da gemerkt haben, ey, wir können sogar was verlieren. Du gewinnst in West Ham 2-1. West Ham kassiert eine frühe rote Karte gegen uns. Und dann kann ja trotzdem alles passieren. Und dann denkst du dann, ey, bitte lass mal irgendwie, lass das irgendwie über die Zeit bringen oder lass das Spiel frühzeitig entscheiden, damit wir ins Finale kommen. Und Sevilla war dann krank, so von der Anspannung her war ich echt, ich war vor keinem eigenen Spiel so angespannt, als Spieler nicht. Und als Analyst war das High-End, was das angeht. Das war brutal. Dazu kam, dass 40 Grad in Sevilla war, dass wir auf einmal dann auch wirklich Favorit auch waren. Also so war es ja. Wir waren in keinem Spiel vorher, waren wir Favorit, außer vielleicht im Rückspiel gegen West Ham. Und dazu kam dann auch noch, dass wir dann auch mal gemerkt haben, ey, nicht nur Frankfurt-Fans sind geil und sind viel unterwegs. Da waren ja, ich glaube es waren 80.000 Celtic, äh Celtic sag ich, Rangers-Fans in Sevilla. Da dachten wir, sind auch Fans von uns da und so. Also da hast du mal gemerkt, dass auch die eine Fanbase haben und es war halt echt schade, dass das Spiel in Sevilla war. Sevilla, das Stadion ist schön und toll und es hat auch alles gepasst, aber diese zwei Fanbases. Die baust du im Wembley oder so. Oder im Camp Nou oder so. Oder im Camp Nou oder so, oder bei der BU, was auch immer. Das hätte eigentlich ein Riesenstadion sein müssen, für die zwei Fanlager, dass er geisteskrank gewesen ist. Elfmeterschießen war auch nochmal so eine Sache, da merkst du halt jeden Pulsschlag. Und dann hast du mit Rafa dann den letzten Schützen, wo wir eigentlich immer sicher waren, er trifft safe, hundertprozentig. Aber auch da bist du, ey, bitte schießen rein. Und dann Feier und der Tag danach war er noch kranker. Das war ja, die Feier dann dort noch in Sevilla in so einem Club. Dann war aber, ist es halt so, natürlich ist es ausgelassen und ist teilweise ausgeartet. Aber trotzdem hast du dann viele Spieler, die dann alle einfach kaputt sind. Klar. Den ganzen Tag 40 Grad, das schlaucht ja auch nochmal. Es war ausgelassen, aber war dann trotzdem. Und dann wussten wir auch schon, okay, wir landen da. Dann wieder Autokorso, ab Richtung Römer. Und ich habe das ja 2018 erlebt, was da los war. Wie gesagt, wenn man sich so ein bisschen auskennt vom Stadion bis zum Römer, wenn nichts los ist, fährst du 20 Minuten oder sowas in neun Kilometer oder zehn Kilometer. Und wir haben ja damals 2018 schon, ich glaube, dreieinhalb Stunden gebraucht oder so. Weil ab, die standen ja, die standen teilweise, haben die Leute auf der Autobahn angehalten, waren glücklich und standen da und haben zugejubelt. Nach dem Euroleague-Spiel war gefühlt, waren nochmal 100.000 mehr auf den Straßen. Das war nochmal viel extremer als nach dem... Krank. 2018 war ich als aktiver Spieler selbst noch mit dabei und dachte, was ist das denn? Aber 2022, das hat den Vogel abgeschossen. Das war unglaublich. Geile Zeit, einfach auch. Ja. Freue ich mich für Frankfurt, dass es so auch gekommen ist oder generell für den deutschen Fußball. Dann lass uns mal ganz langsam Richtung Ende kommen. noch heute zu einer Zeit als Analyst. Was würdest du sagen, was macht... Also es läuft ja aktuell sehr gut. Hoffen wir auch, dass es so bleibt. Bayern-Higa Nummer eins, sagen wir ab jetzt. Ja, hatten wir schon mal und dann sind wir wieder eingebrochen. Aber aktuell... Ich spreche es aus, du musst es nicht aussprechen. Was würdest du sagen, was macht die Mannschaft dieses Jahr aus, dass es auch so gut läuft? Auf jeden Fall hat auch der Verein Geduld bewiesen. Letztes Jahr haben wir punktetechnisch keine schlechte Saison gespielt. Wir haben uns wieder europäisch qualifiziert. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Aber wir hatten halt viele Spiele drin, wo wir uns schwergetan haben, wo wir nicht gut Fußball gespielt haben, wo wir teilweise Glück gehabt haben. Da hat aber Markus, Kröschel und das ganze Team halt auch gesehen, ey, neuer Trainer. Wir haben von, ich sag jetzt mal dumm gesagt, von 70 Toren haben wir 50 Tore abgegeben. Kamada weg, Gb So weg, vorne ist Jesper weg. Es ist ja alles wieder weggebrochen. Dann hast du einen Trainer, der auch in der Bundesliga nicht wirklich Erfahrung hatte. Plus neue Spieler, das war für mich schon so ein Umbruchsjahr. Natürlich hast du Ambitionen. Gerade wenn du die letzten Jahre über dich immer qualifiziert hast für Europa, hast du natürlich schon gemerkt, ey, das Ganze muss ich auch erst wieder finden. Und das kann auch mal holprig sein. Der Vorteil zu anderen Mannschaften oder zu anderen Vereinen, die dann voreilig, ey, scheiße, es läuft nicht und Trainer weg, hat halt Markus dran festgehalten. Hundertprozentig wurde da nach der Saison dann auch kritisch alles beäugt und aufgearbeitet. Und es wurden wahrscheinlich auch unangenehme Fragen gestellt. Aber die haben gesagt, ey, komm, wir machen weiter. Und jetzt greift so immer mehr das eine Rad ins andere. Also du hast ja einen Trainer mit einer anderen Philosophie, wie jetzt vielleicht Olli Glasner. Hatte die nur eine andere Art, Fußball spielen zu lassen. Und wenn du zwei Jahre mit einem Trainer hast und dann kommt ein anderer Trainer und der will was anderes von dir, musst du natürlich auch erst mal nicht anpassen. Und dann bricht dir die größte Achse weg und dann kommen neue dazu und dann muss ich das finden. Plus der Spielstil muss ich finden. Und jetzt trägt das halt Früchte. Also natürlich muss man auch ehrlich sein. Omar performt natürlich gerade geistesgremt. Weltklasse. Hugo auch. Wenn du halt das jetzt alles so drin hast, dann erntest du jetzt auch deine Früchte. Und so ist das auch, dass wir die Qualität haben als Mannschaft. Und individuell, das stand außer Frage. Weil, wenn, toi, 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 wenn alle so weit fit bleiben und keine größeren Verletzungen dazukommen, dann kann das eine richtig, richtig gute Saison werden dieses Jahr. Na dann hoffen wir es mal für euch. Was würdest du sagen, wie schwierig ist es so in deiner Arbeit als Spielanalyst, so Mannschaften wie Bayern, Stuttgart, Leverkusen auch zu analysieren und so gut wie möglich für deinen Trainer vorzubereiten? Easy. Ja? So Mannschaften. Also ich stelle mir das so kompliziert vor. Die besten Mannschaften sind am einfachsten zu analysieren. Ich mache ja auch Einzelspieler-Videos, also ich schneide von jedem Gegner ein einzelnes Video zusammen, damit sich halt die, wenn jetzt Robin Koch in der Kabine ist und will sich die Stimme anschauen, dann schaut er sich so die Einzelspieler-Videos, Stärken, Schwächen und sowas ein bisschen an. Von Musiala ein Video zusammenzuschneiden, dass es einfach so was gibt. Weil da kriegst du, da guckst du dir zehn Szenen an, dann kannst du zehn Szenen zeigen, wo er einfach alles top macht. Also das ist so, von anderen Spielern oder von anderen Mannschaften, ich sage, Heidenheim zu analysieren ist viel schwerer wie Bayern. Bayern hat ihre klare Struktur, die spielen meistens 4, 2, 3, 1, manchmal 3er, 3er auf, bla bla bla, das ist alles easy. Aber solche Mannschaften, europäisch sowieso, weil dann das Videomaterial immer schlecht ist, weil du nicht schauen musst, wo du deine Videos herbekommst. Und das ist immer ein bisschen komplizierter als, wie gesagt, eigentlich muss ich auch Robin Koch oder unseren Innenverteidigern nicht sagen, wie ein Harry Kane funktioniert. Das weiß jeder, weil er über Jahre hin das gezeigt hat. Aber wenn du natürlich dann St. Pauli als Aufsteiger neu, hat der wahrscheinlich von unserer Mannschaft nicht viel, haben sich mit der zweiten Liga letztes Jahr beschäftigt. Also da kommt ein komplett neues Team auf einen zu. Das ist dann halt schwerer so, im Endeffekt muss der Trainer ja der Mannschaft das Team vorstellen, den Gegner vorstellen. Und da ist es dann halt schwerer, den Spielern einen Neuling vorzustellen oder unbekannte Spieler vorzustellen, wie ein Leroy Sané, ein Florian Witz oder sowas. Die kennt jeder, da weiß jeder, was auf einen zukommt. Hätte ich nicht gedacht. Ich muss sagen, ich glaube, das ist die Zuschauer da draußen auch nicht gedacht. Hätten, aber es macht Sinn. Es macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst. Dann lass uns abschließend zur letzten Frage kommen. Wenn du einem jungen Profi, 14, 15, 16 Jahre, einen Tipp mitgeben müsstest für die Zukunft, wie er es schaffen kann, was wäre es? Geduld. Geduld. Das ist das A und O. Ich glaube, das ist das perfekte Ende. Marco, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit. Nicht dafür. Und für das sehr, sehr geile Video. Freunde der Sonne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like auf dem Video da, abonniert diesen Kanal kostenlos, abonniert gerne auch Marco auf Instagram. Wir werden alles natürlich unten markieren. Social Media ist jetzt auch dein Ding irgendwo. Ja, muss. Muss schon sein, oder? Also heutzutage gehört es dazu. 100 Prozent. Ich bin gespannt, wo deine Reise noch weiter hingeht. Mal schauen, wo wir uns in ein paar Jahren sehen. Vielleicht drehen wir irgendwann mal ein Teil 2. Und mit deiner Hilfe kriegen wir vielleicht auch den einen oder anderen Profi nochmal ran. Schreibt gerne in die Kommentare, wen ihr als nächstes hier haben wollt. Vielleicht hat Marco da irgendwann mal einen guten Vorschlag. Ja. Ansonsten, danke schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.